Leute, habt ihr Bock? Ich hab so richtig Bock. Ich bin selbst gehypt. Ich bin selbst total gehypt. Ich freu mich so auf euch. So, jetzt seht ihr mich auch. Hallo, 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 wie geht es euch, wie geht es euch? Ich sitze seit 5 Tagen in Quarantäne und was macht ihr so? Oh, das klingt ja, das ist das Erste, was ich sehe, ist so eine negative Nachricht. Oh mein Gott, hallo! Es waren wieder schon so viele im Chat und ich freu mich immer. Ich mach den Stream immer an, geh dann nochmal auf Klo, geh mir was zu trinken holen und so und dann komm ich wieder und dann sind immer schon Nachrichten im Chat. Supi, ich freu mich richtig. Hallo Jules, du warst die Erste. Melina, one, extern, Axton, keine Ahnung. Cardi, hallo, hallo, Emily. Hallo Salima, hallo Kiara, hallo, Grenad, Grenadinart. Hallo Dana Malfoy, hallo Martina, Lein. Hallo Michael, hallo Rough Diamond. Melina Malfoy, schön, dass du am Start bist, auch wenn du morgen, musst du morgen wieder arbeiten oder ist momentan nicht so? Nebelpferd, hallo, Hannah und Nandi ist auch am Start, hallo, hallo, Tanze, Emi, Erika. Ach, so viele, so viele Leute. Bei mir steht, wie viele sind wir denn gerade? Ich weiß gar nicht, wie viele wir gerade sind. Keine Ahnung. Wie geht es euch, wie geht es euch? Das erste Mal. Ja, schön, Dana Malfoy, sehr schön. Und vor acht Minuten habe ich gesehen, hat mich noch Ronna Malfoy gefollowt und Emily ist auch am Start. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower haben wir denn mittlerweile. 1.800. Ja, minus 200 von letztem Mal, erinnert ihr euch? Dieser Bot, der einfach reinkam. Ich weiß es nicht. So. Die erste Hälfte meiner Schicht war scheiße, da meine Ausbilderin mich mal wieder von vorne bis hinten runter gemacht hat, aber die andere Hälfte war ich in einer anderen Abteilung und es war dort viel besser. Oh, das klingt echt toll. Ich komme so, hey Leute, da, wie geht es? Und alle so, ah, Garantäne, ich bin klein gemacht worden heute auf der Arbeit. Meine Haare fallen heute wieder richtig platt. So, hat auch überhaupt null gebracht, dass ich mir meinen, wie heißt das, nicht Schaumstoff, wie heißt das nochmal, die Haare getan habe. Ich weiß es nicht. Du hast gerade kapiert, wie man in den Chat schreibt. Hallo, Zlatina Steck. Hallo, herzlich willkommen. Ich gucke mal ganz kurz. Ich möchte gerne gerade keine Musik im Hintergrund haben, die spricht. Deswegen gucken wir mal. Äh, was könnte denn zu uns passen? Pop, aber ohne Vocals. So. Du hast ja heute mal gute Laune. Wie, was soll das denn heißen, dass ich sonst keine gute Laune habe, oder was? Ich habe einfach richtig Bock. Ich habe das so vermisst. Und, äh, ey Leute, ich muss euch mal erzählen, was in den letzten zwei Wochen bei mir abgegangen ist. Das glaubt ihr nicht. Voll ungewohnt, jetzt schaue ich die Streams immer nach und jetzt bin ich live dabei. Ja, sehr gut. Schön, dass du jetzt auch live mal dabei bist, Lina. Hallo. Nathalie, der Print ist gestern bei mir angekommen. Er ist mega schön. Endlich. Endlich ist er angekommen. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, weil bei dir immer so, weil das so ein Briefding war. Und du noch mal so eine extra Sonderstellung hattest, habe ich immer so viel vergessen. Aber heute extrem. Ja, ich habe heute extrem, äh, hübsch, Leute. Sehr hübsch bist du heute. Lashes. Äh. Also, das wollte ich direkt mal sagen. Ähm, vor zwei Tagen kamen wir mir nämlich ein Paket an. Nein, ich habe tatsächlich, ich wollte mir schon immer so, äh, künstliche Wimpern. Ich liebe das. Aber ich hasse das selber so irgendwo hinzugehen und mir die alle zwei Wochen machen zu lassen. Das ist super teuer. Aber ich hasse das mit dem Kleber. Ich bin zu dumm dafür. Und dann hat sie tatsächlich, Bibis Beauty Palace, äh, hatte dann irgendwie, ich folge ihr ja trotzdem mal so. Um einfach mal zu bekommen, was so in der Welt sonst so abgeht. Und auch wegen Arbeit. Aber, ähm, ja. Und, äh, dann, ähm, hat sie da halt so Wimpern vorgestellt, die mit Magnet sind. Und ich habe schon öfters gedacht, so soll ich die holen oder nicht. Und dann dachte ich mir so, komm, holst du die jetzt einfach. Da ist jetzt 30% Rabatt. Und dann kamen die jetzt vor zwei Tagen an oder so. Ich habe die gestern zum ersten Mal ausprobiert. Und, Alter. Also, das ist so easy. Ich mache mir ja so oder so immer einen Lidstrich. So, ne. Und die sind halt mit Magnet. Und du tust die wirklich nur hier vorne drauf. Und dann schmiegen die sich sofort an dich und pappen dran. Das ist so einfach. Es ist, ey, ich habe hier so einen Spiegel. Das ist so krass, wie easy das ist. Ich bin richtig begeistert. Die waren zwar ein bisschen teurer jetzt, ne. Die kannst du, glaube ich, äh, 35 Mal, ähm, irgendwie. Wie gehen die wieder ab? Super einfach. Du musst einfach nur dran ziehen, dann sind die wieder ab. Also, der Eyeliner, den man drauf hat, also, der kostet halt auch deswegen extra mehr, wenn du den nachbestellen willst. So, was kostet der halt auch echt viel. Der Eyeliner, der hat schon, ähm, Magnetpartikel drin. Das Einzige, was ich nicht so an dem Eyeliner mag, ist, dass der waterproof ist. Und ich habe grundsätzlich das Problem, wenn ich waterproof Eyeliner benutze, dass irgendwann, weil ich schwitze oder sowas, dass hier oben dann immer so ein, sich sowas abfärbt, so ein schwarzer Rand. Das ist bei mir auch schon passiert. Und ich kriege super schwer, weil der waterproof ist, selbst mit Abschminkzeug kriege ich super schwer den Eyeliner ab. Aber, ähm, das war auch mal bei der Höhle der Löwen, diese Lashes. Ja, also, ich, ich, ist, das ist richtig gruselig. Ich habe halt die Lashes gekauft. Und seitdem kriege ich von 5000 Marken auf Instagram Werbung angezeigt, dass die so magnetische Lashes haben. Ich wusste, dass die existieren, aber ich habe es halt nie getraut, mich auszufinden. Ich habe einfach gedacht so, bei mir ist immer so schwierig, wenn ich morgens aufstehe, also, wenn ich morgens wach werde und zum Handy greife, meistens kaufe ich dann sinnlose Sachen oder spende sinnlose Seiten oder wenn ich abends im Bett bin. Das sind bei mir so richtig gefährliche Zeiten, wo ich so einen Unsinn kaufe. Aber ich bin sehr froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Ähm, und ja, deswegen bin ich super happy. Ich mag die total. Also, es kam jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt wegen 30 Prozent, habe ich irgendwie 50 oder 60 Euro bezahlt für Eyeliner und zwei Lashes-Packungen. Und laut denen kann man einfach nur die Lashes, äh, 35 Mal benutzen. Das glaube ich aber nicht. Ähm, ja. Also, ich bin richtig, ich bin richtig begeistert davon. Ähm, ja. So, was habe ich denn so gemacht? Ähm, ich fand es witzig. Wir hatten ja das letzte Mal im Stream darüber gesprochen, äh, dass es so ein paar Leute gibt, die sich darüber aufregen, dass ich nie streamen kann und so. Und das ist genau letzte Woche passiert. Kathi, dankeschön für deinen sechsten Monat in den Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Und was ist letzte Woche passiert, ähm, ich habe es extra auf Instagram so gezeigt, ne, von wegen, Leute, eine Headsitz, also die, nicht ihr, ne, sondern andere Leute so, oh, jetzt seid nicht wieder angepisst, dass ich nicht streame. Ich kann nichts dafür. Ich muss wirklich arbeiten und es ist keine Ausrede. Ich habe letzte Woche, ähm, also in der Woche von Montag bis Freitag habe ich Überstunden gemacht. Die ganzen Stunden zusammengerechnet sind drei Überstundentage und ich habe davor den Samstag halt auch schon gearbeitet. Ähm, das heißt, ich habe quasi innerhalb von, äh, sechs Tagen, wovon eigentlich nur fünf, äh, Werktage sind, habe ich ganze vier Überstundentage gemacht. So viel habe ich gearbeitet und dann habe ich am Samstag noch bei einem Umzug mitgeholfen. Dann haben wir unseren Halloween-Livestream, äh, auf dem Marshmally gemacht, äh, Rini und ich. Und wir wollten ja eigentlich auch das Spiel weiterspielen, weil wir das leider nicht geschafft haben, weil ich dann auch Kopfschmerzen bekommen habe. Ich lag so flach. Das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Also, Samstagabend hatte ich ja Kopfschmerzen und habe gesagt, okay, hören wir auf, meine Konzentration ist nicht mehr so da. Ich habe mich sofort ins Bett gelegt und musste dann am Sonntag noch beim Umzug mithelfen. Beim Umzug, äh, wir haben die Wände gestrichen. Ich immer so, ah, ich streiche ein bisschen. Okay, Moment, ich gehe kurz auf Klo und kotze. Also, ich habe halt von den Kopfschmerzen, habe ich so, ist mir so schlecht geworden, dass ich mich immer übergeben musste. Und ich dachte, okay, komm, gehst du einfach Sonntagfrüh ins Bett. Ich war um halb zehn im Bett, habe bis morgens, äh, dann um neun Uhr geschlafen. Und ich hatte solche Kopfschmerzen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ich bin wirklich, also, die Seite hier komplett, äh, war wie taub. Also, das tat alles weh, aber ich konnte auch kaum was bewegen. Es war wie taub. Das war richtig krass. Und ich habe mich wirklich nur übergeben. Ich hatte, weil ich mich so viel übergeben hatte, ähm, überall hier so rote Pünktchen von diesem Druck, der ja dann kommt. Ich habe mich in der Badewanne übergeben. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, ich muss Montag ja arbeiten. Okay, mache ich halt Homeoffice irgendwie. Äh, und habe dann gesagt, ich mache jetzt aus meinem Bad zum Entspannen von meinen, von meinen Muskeln oder sowas, weil ich gemerkt habe, das kommt irgendwie über den Muskelstrang hier. Angie, vielen lieben Dank für deine fünf Subs, die du, äh, gegiftet hast. Vielen lieben Dank. Subs gingen raus an Kiara, an Cashew, an, äh, Thea Black, an, äh, die Kim, nice, und unsave in Amor. Vielen lieben Dank. So, und dann, äh, war ich Montag halt, aber ich konnte nichts zu mir nehmen. Ich hatte Hunger ohne Ende, ich hatte Durst ohne Ende, ich habe alles ausgekotzt. Und ich hatte schon öfters, ich habe, ich habe halt Migräne. Ich bin ein Migräne-Typ, das liegt in der ganzen Familie so. Wo sind eigentlich meine Alerts? Sehen wir die gerade gar nicht? Die habe ich letztens ausgestellt, ne? Muss ich noch mal, so, so, muss ich noch mal alle neu machen hier. Ähm, also ich habe öfters schon so Migräne, aber das war, das habe ich noch nie gehabt. Ich dachte, ich habe wirklich gesagt, wenn ich das noch einen Tag länger habe, ich, ich springe, ich springe vom Balkon. Das habe ich wirklich noch nie gehabt, dass mir die Hälfte davon so gelähmt war. Und ich habe Tobi, ne, wisst ihr ja, Feed the Music, habe ich einfach nur geschrieben, der ist ja Rettungssanitäter. Äh, ich nur so, Tobi, mir egal, was du tust, aber hilf mir. Hilf mir, ich wirklich, ich, ich habe das, wenn ich extrem erkältet bin, denke ich immer nur, ich muss sterben. Aber dieses, dieses Level von ich will sterben, habe ich selbst noch nicht mal bei Fiebersachen oder so gehabt. Das war richtig krass. Und ich weiß nicht, wie ich das erzählen darf. Ich tue es jetzt einfach. Ähm, tatsächlich, ähm, habe ich dann eine Infusion zu Hause bekommen in meiner Hand. Man sieht den Punkt noch. Sieht man den Punkt noch? Hier, blaue Flecke habe ich auch. Ähm, habe ich eine Infusion bekommen. Weil, weil, mit, äh, also hat er mir gelegt. Mit, äh, auch, dass ich, dass mir nicht mehr schlecht wird. Ähm, weil es mir so scheiße ging. Und es ging dann auch besser. Aber ich habe bis jetzt jeden Tag Kopfschmerzen gehabt. Und ich mache mir langsam Sorgen. Also entweder, ich habe mir echt irgendwie was hier beim, beim Umzug oder so, habe ich mir irgendwie was eingeklemmt oder verzehrt oder so. Gestern Abend hatte ich keine Kopfschmerzen. Heute Morgen wieder, pfff, ich habe das auch hier hinten. Immer an der gleichen Stelle vor allem. Also, wenn das jetzt echt nicht aufhört, ich dachte, vielleicht liegt es am Stress, weil ich jetzt so viele Überstunden gemacht habe. Aber deswegen habt ihr die Woche auch kaum was von mir gehört. War, also auf Instagram. Und ich habe dann auch nicht gestreamt oder so, weil ich einfach nur fertig war. Und ich musste ja dann auch noch die ganzen Adventskalender jetzt machen. Ich habe, glaube ich, diese Woche 30, 20 oder 30 Adventskalender fertig gemacht. Jetzt muss ich gerade ein bisschen nachproduzieren. Ähm, ja, zum Arzt gehen. Ich würde halt voll gerne einfach zum Chiropraktiker gehen. Aber ich weiß nicht, ob das momentan im Lockdown geht, ob ich als Notfall gelte, weil die dürfen ja nur Notfalltermine machen. Ich weiß es, ne? Ähm, also ich bin ja eigentlich so ein stressbelastender Mensch eigentlich. Aber, boah, das war schon echt heavy. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt nur noch Stress vom Adventskalender. Gut, auf der Arbeit auch. Ich muss morgen auch wieder arbeiten. Ähm, nicht so lange, aber ich muss trotzdem auch morgen arbeiten. Und, äh, ja, Sonntag habe ich auch einen Termin. Ähm, das heißt, so richtig entspannen und einfach mal wieder rumflegen. Hitzen kann ich auch nicht. Darfst du auch noch mal, äh, darfst auch noch mal, äh, darfst doch auch noch mal zum Arzt, oder? Also Lockdown heißt ja nicht nur Notfall. Ne, das stimmt, aber Chiropraktiker, ähm, ist ja sowas wie Physio und ich glaube deswegen nicht. Ähm, ich glaube, der normale Arzt kann mir da nicht helfen, außer sagen, nimm Ibo. Und ich, ich esse echt, ich habe heute, glaube ich, schon meine vier Iboos gegessen, ähm, damit ich das irgendwie im Saun halten kann. Die helfen auch nicht die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. No Virus, danke für deinen zwölften Monat. Guten Abend an alle und gute Besserung. Dankeschön. Ja, also momentan geht es halt noch. Ich merke das, vor allem an der Schläfe merke ich das. Richtig unangenehm. Wenn du morgens aufwachst und du die ganze Zeit so einen Druck auf der Schläfe hast, keine Ahnung. Ähm, ähm, aber, ähm, deswegen, ich wollte den Stream eigentlich nachholen, aber mir ging es Montag halt eben, ich bin, ich habe dann auch kein Homeoffice oder so gemacht, mir ging es so schlecht. Dienstag war auch jetzt nicht toll. Mittwoch habe ich halt gesagt für mich, okay, kompletter Abend mache ich den Adventskalender, es müssen nochmal Pakete raus. Ähm, und, ähm, ja, gestern musste ich lange arbeiten, heute habe ich mich um 19 Uhr davon gesneakt und morgen muss ich wieder arbeiten. Aber ich dachte, es wurde eher, deswegen freue ich mich halt einfach so, weil ich die ganze Zeit selber so rumlag und ich durfte nicht streamen, ich konnte nicht streamen und so. Ah, deswegen bin ich als Recht jetzt halt wieder halbwegs unter den Lebenden zu sein und was machen zu können. Ach ja, aber ich habe immer noch keinen Command für das, was ich arbeite. Ich, äh, arbeite beim Fernsehen. Gerade ist die Luke-Show. Seit 5 Minuten läuft Luke Mockridge Deutschland lacht. Oder so, wie heißt das? Da habe ich gerade eben noch Online-Content für gemacht. Der Trailer. Wo ist denn der Trailer? Facebook oder Instagram? Instagram Luke Mockridge TV. Ah, cool. Habe ich gerade noch den Trailer geschnitten. Ne, das ist nur Luke. Da, der Trailer ist online. Schon 8000 Leute, die das geguckt haben. Seit einer Stunde ist der Trailer online. Den habe ich geschnitten. Also, wenn ihr auf Instagram guckt, bei Luke Mockridge TV, also die offizielle Seite von, äh, Luke, äh, dem Luke-Great-Night-Show und den ganzen Sachen. Das Video habe ich gerade den ganzen, den ganzen Tag über geschnitten. Den ganzen Tag. Mehr habe ich nicht gemacht heute. Außer das Video geschnitten. Müsst ihr euch mal vorstellen. Für eine Minute 30. Richtig lustig, Milena. Du klingst so übermotiviert. Ich kenne das, wenn es einem endlich besser geht und man ist total hyped. Ja, total. Ich kann auch mit, ich habe kein einziges YouTube. Ich bin froh gewesen, dass ich gestern kurz auf der Arbeit Zeit hatte, ähm, für Lass dein Glück nicht ziehen, für heute und für Montag eins zu timen, äh, und die Thumbnails hochzuladen. Ich so, ja, ich habe endlich wieder was für YouTube gemacht. Es war so krass. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Für schlechten Fußball steht traditionell der Hampt. Jetzt, äh, ja, das ist Luke. Also, die Luke-Sendung läuft gerade. Und, ähm, bin ganz froh, dass ich, also mein Kollege übernimmt heute, damit ich streamen darf. Dafür muss ich dann morgen arbeiten. Aber voll lieb, dass er gesagt hat, nee, alles gut, dann stream du mal. Übrigens dürfte mich wieder fleißig auf Instagram in Stories erinnern. Will ich nur mal gesagt haben, ne? Also, wer Bock hat. Ähm, alles klar. Emi, bis später. Ähm, ja, sonst gibt es tatsächlich doch nicht so viel zu erzählen. Bei euch denn so? Also, worauf ich mich freue, was ich noch gemacht habe, sind noch E-Mails geschrieben, damit der Adventskalender bald, äh, an den Start geht. Ähm, also, das heißt, vroproduziert werden kann, damit er dann pünktlich zum Start geht. Also, der Adventskalender auf YouTube. Ähm, stimmt heute. Also, wer vielleicht noch im Chat ist oder sowas, ähm, und noch einen Adventskalender haben möchte von Harry Potter, dann mit den Merch-Sachen. Heute ist der letzte Tag, wo ihr, ähm, offiziell auf jeden Fall noch kaufen könnt. Und da muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch welche nach, also noch welche produzieren kann. Und dann mache ich vielleicht nochmal fünf Stück oder sowas. Aber ich muss erst mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Und, ähm, witzig, ich habe auf Instagram geschrieben, ja, heute ist der letzte Tag, Leute, ne? Und dann kam irgendwie nochmal fünf Bestellungen rein und ich so, ich freue mich, aber es bedeutet auch viel Arbeit. Ich muss mich gerade zwischen Stream schauen und meinen Freunden spielen entscheiden. Kann man doch nicht beides machen? Ich kenne voll viele, die zocken und im Stream gucken. Habe ich gerade eben so unglaublich, äh, nee, habe mich gerade eben so unglaublich gesehen, als das Video gefreut wahrscheinlich. Auf YouTube war direkt geguckt. Ach so, lass dein Glück nicht ziehen, ja. Ist halt ein bisschen blöd, weil jetzt ein Kapitel euch fehlt, was am Montag kommt. Das heißt, wir lesen, also am Montag kommt Part 65 und wir lesen quasi jetzt schon Part 66 und ich hoffe, dass einige dabei sind, die letztes Mal den Stream nachgeguckt haben oder den Stream geguckt haben, sodass jetzt nicht hinterherhängt. Wird heute etwas gelesen? Genau. Ausrufezeichen Plan, dann weißt du, was wir heute machen. Äh, okay, Among Us, ja, ist schwierig. Among Us habe ich auch, wann habe ich das? Ähm, Mittwoch habe ich das, glaube ich, ein paar Ründchen oder so, habe ich das tatsächlich auch das erste Mal gespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Spätschicht und Ah, hallo Nadine. Hallo, hallo. Bin geradezu inkompetent, meine Kurzgeschichte per Mail zu senden. Wenn du die lesen möchtest, kann ich dir die per Insta schicken, also wenn du später noch liest. Eher ungerne. Sonst fängt, wenn ich einem das erlaube, dann kommen andauernd welche. Deswegen immer bitte per E-Mail. Hallo Luna und hallo Anja. Hallöchen. Knack. Und es knackt halt auch die ganze Zeit. Das macht mir halt Aussorgen. Ich kann so, jede halbe Stunde kann ich so machen, dann knackt es. Das habe ich normalerweise nicht so. Das heißt, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich checke das Spiel nicht und gucke nur zu, was ich davon halten soll. Hallo Anna. Sind jetzt noch mal welche dazugekommen, weil, äh, wie heißt das? Weil die eine Benachrichtigung bekommen haben und das ist jetzt Zufall. Oh, ich wollte eigentlich noch bohren. Na, muss ich morgen früh machen. Ich habe gerne mich gestern mir, ich habe, ich habe gerne super viele Sachen, die an die Wand müssen, die gebohrt werden müssen. Aber ich schaffe es nicht. Äh. Ne, Kapitel 65 nicht, Part 65. Das ist nicht Kapitel 65. Wie läuft das denn immer? Liest du vor? Lesen hier alle dann alleine? Bin neu. Darum. Ne, hier liest keiner alleine. Also, ich lese ganz normal vor. Ähm, ich weiß nicht, von wo kommst du denn? Kommst du von YouTube? Dann kennst du das ja vielleicht so ein bisschen. Also, wir lesen auf jeden Fall nachher, lass dein Glück nicht ziehen. Und das heißt, ähm, wenn ich sage, wir lesen, heißt, ich lese vor, während ihr einfach zuhört und auf die Geschichte ein bisschen reagiert. Und dann mache ich nach jedem Kapitel, ähm, mache ich eine Pause und dann quatschen wir entweder darüber ganz kurz, ähm, oder ich lese direkt weiter oder was weiß ich. Ich hätte eigentlich mal voll Bock, weil letzte Woche haben wir eine Erotik Harry Potter gelesen. Ich hätte nochmal voll Bock, also Dawn Snake, hau nochmal in die Tasten. Ich möchte das nächste Mal, wenn ich streame, nochmal eine Erotik-Geschichte von dir lesen. Habe ich heute nochmal, ähm, Ah, wo ist mein Handy? Habe ich gerade eben nochmal auf Redpad und Fanfiction ein paar Leute angeschrieben, ob die nicht Bock hätten, ähm, dass ich deren Geschichte vorlese. Aber, ähm, ja. Leider noch keine Antwort, weil ich voll Bock habe auf Erotik-Fanfiction. Ich habe gefragt, ob jemand zwei Bürsten hat und wurde gebannt. Bei wem? Wofür Bürsten? Eine kleine Frage, kennst du die Harry Potter Tiny Books? Oh, ich muss euch einfach zeigen, was ich, nee, kenne ich nicht. Aber klar kann ich machen, ich setze mich dran. Ich will ganz, ganz viele. Ich will, ich will auch in das Namaini, ja. In das Namaini will ich auch. Warte, Moment. Ich hoffe, ich habe das jetzt eingepackt. Ich habe was gekauft. So. Denn es kam was, ich glaube die Tage oder in der letzten Woche oder so kam das raus und da habe ich mich super gefreut. Ähm, kennt ihr Mina Lima? Kennt ihr die überhaupt? vielleicht die Einleitung erstmal anders. Mina Lima, ähm, ich mache ein extra Buch voll mit Erotik-Wandshots und hoffe dich gerne. Melina war shoppen, also ich habe momentan wieder sehr viel eingekauft, ja, aber Mina Lima, ich habe von denen auch so so eine YouTube-Beutel, nee, was heißt YouTube-Beutel, aber so eine, so eine Tasche. Mina Lima, das sind die Grafiker aus den Harry Potter-Filmen. Creative Director, Creative Director, ja, heißen die wirklich so? Die machen auf jeden Fall die Grafiken. Also egal, was du da siehst, so wenn du eine Zeitung in der Hand hast, das haben die, ähm, ja, designt. Und das finde ich einfach so cool, ne? Ähm, und die habe ich halt auf der CCXP letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren gehabt und habe da auch von denen, mhm, also die haben mir erstmal so Buttons mitgegeben und die haben ein Bild, das hat leider richtig scheiß Größe, deswegen finde ich da keinen Bilderrahmen zu. Also erstmal hier so Buttons. Aber ich habe halt, ähm, es gab die Harry Potter Experience, da war ich aber nie drin. Aber ich habe mir damals das hier von denen gekauft. Das war, ne, aus Köln. Das ist auch noch handsigniert und, ähm, hier, das ist die 178. von 300. Ähm, ja, also hier steht auch Köln 2014, weil das, glaube ich, zur Harry Potter Experience rauskam und das wurde da nicht verkauft, also haben wir das nochmal probiert und ich dachte mir, geil, ich finde das eigentlich ganz schön, ähm, außer diesem Kölner Schriftzug, den fand ich nicht schön. Sonst finde ich das richtig, äh, richtig schön und wollte mir das eigentlich in den Flur hängen, aber eben auch eingerahmt, weil das ja, ne, was Besonderes ist und so. Klim Fährte! Klim Fährte, vielen Dank, äh, für dein Follow und, ähm, ja. Ja. Das habe ich auf jeden Fall seit zwei Jahren jetzt rumliegen und dann habe ich jetzt letztens gesehen, ich weiß, wie gesagt, gar nicht seit wann das raus ist, dass sie jetzt auch ein neues Buch veröffentlicht haben, Mina, Lima, was gebe ich denn, was ist das jetzt für Musik hier? Seit dem 20. Ah, okay, also seit dem 20. Oktober gibt es das jetzt und auf Spanisch, Portugiesisch, Italienisch oder sowas gibt es das erst ab dem 23. Februar. Also auf Deutsch gibt es das nicht. Ich musste das jetzt leider auf Englisch kaufen. Das ist jetzt das neue Buch. So, das sieht so, ne, das sieht ja noch ganz normal aus, so. Hier unten steht auch, vielleicht sieht man schon, Mina Lima sieht man, ne. Das ist so toll. Und, äh, die haben jetzt das Buch erst mal eben neu wieder durchdesign, komplett illustriert. Also das gibt ja, eigentlich machen die richtig krass Geld, ne. Joel Koroing macht mit allem Geld. Ähm, und das meine ich halt auch so, wenn jetzt wieder total viele, das habe ich letztens ja gesagt, wenn jetzt total viele sagen, oh, wir wollen Joel Koroing nicht unterstützen, kaufen dieses Buch nicht, das heißt, ihr unterstützt Mina und Lima, Mina Lima nicht. So, das wäre halt voll schade. Auf jeden Fall, ähm, klar, es gibt eine illustrierte Version schon von Harry Potter 1, aber das ist nochmal was ganz anderes, weil es ist nicht nur einfach so komplett durchdesignt, oh, das ist leider, man sieht es leider so scharf, also so schlecht. Ähm, so wirklich alles, na, guck mal, hier sieht man das so, so, ah, sondern, guck mal hier, die Dursleys. Sondern, äh, es ist auch interaktiv. So, ähm, hier sind dann letztlich, damit man, damit es nicht kaputt geht, ja, so, die Uhr, kann man hier so aufklappen, dann kann man das sogar drehen und so. So, was ist ja eigentlich für, kennt ihr noch Briefe von Felix oder so? Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Äh, äh, aber, ähm, ich weiß, also das kann es ja keinem Kind geben, das ist doch viel zu schade für so ein Kinderbuch, dass du das, weiß ich nicht, einem kleinen Kind gibst, also das ist richtig cool gemacht. Und hier auch irgendwo, irgendwo habe ich den Hogwarts-Letter, also weißt du, auch alleine hier so, so die kleinen Dinger dazwischen und, ach, das ist so, und das kostet einfach nur 29 Euro. Also hier, deswegen habe ich mich da so einen Brief von Felix erinnert, hier ist der Brief, kannst du hier so aufklappen und so aufmachen, öh, aber wie gesagt, da sind immer so diese Dinger hier mit drin, ne? Huh! Eh, es ist hier auch nochmal der Hogwarts-Letter, also es ist ganz normal das Buch halt geschrieben und dann hier nochmal so, ach man, wie mache ich das denn jetzt hier? Hier nochmal mit der Hand, Hagrid und so, also es ist halt richtig, mit richtig Liebe gemacht. Hier die, äh, Winkelgasse, die man so aufklappen kann. Tjuu! Tjuu! Das ist richtig cool, hier. Also, ach, ich liebe es. Ich liebe es. Warte, ich muss euch noch mein Highlight zeigen, dann nerve ich euch auch nicht mehr weiter. Mein Highlight war die fette Dame. Da ist die fette Dame. und wartet. Wartet. Guck mal, man kann die Augen hier. Wie geil! Das ist so gut! Echt, wie, wie viel Aufwand das war, das alles zu designen und... Ach! Nee, nee, nee. Wie schön. Wie schön. Ich hab's mir noch selber noch gar nicht so genau angeguckt. Ich glaub, ich werd's mir nicht durchlesen, ehrlich gesagt. Äh, weil man kennt die Geschichte ja dann doch schon irgendwie öfters. Aber es ist schon... Hier, das Schachfeld! Das Schachfeld! Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Und hier, das war... Ich hab meinem Chef das heute gezeigt, weil der steht auch auf sowas. Und er war richtig begeistert hiervon, weil du kannst halt, es ist der Turban und... dann ruht das Woldemuth! Das fand er richtig cool. Also ich glaub, er war auch sehr begeistert. Ja. Ja, ja. Ist halt auf Englisch, dafür aber eben auch nur 29 Euro. Also... fand ich krass. Fand ich krass. Warum hängen denn eure ganzen Streams die ganze Zeit? Habt ihr so scheiß Internet? Alle! Ja, ja. Oder wie streame ich denn? Ich guck mal eben, wie ich streame. Nö, ich streame ganz normal. In 720p sogar nur, also... Harry Potter und das verwünschende Kind? Boah, bitte nicht! Bitte! Sorry, aber inhaltlich ist das verwünschende Kind einfach nur scheiße! Jeder, der das gut findet, der... der... der verleugnet Harry Potter! Oh ja, die Wahlen! Ich warte heute schon den ganzen Tag. Es ist so spannend. Ist da irgendwas Neues bei rumgekommen? Ne. Es ist so krass. Alleine Georgia, ne? Mit 2000... 2000 unterschiedlichen... Also liegen die auseinander. 2000 Menschen nur. Das musst du dir mal vorstellen. Aber wie lange Scheiß Nevada auch einfach braucht, ne? Nevada ist so ein kleiner Pissstaat, weil da kaum jemand wohnt. Die haben nur sechs Wahlmänner und die brauchen trotzdem so lange, um das alles auszuzählen. Ah! Aber geil. Also... Ich hatte echt Angst, dass Trump das macht, aber jetzt... Biden sieht halt schon echt geil aus. Also für ihn. Also... Wie das nochmal umgeswitcht ist, es sind zwar nur 0, irgendwas Prozent oder in dem Fall nur 2000 unterschiedliche Stimmen, aber die sind für Biden. Und das war... vorher nicht der Fall. Ist nochmal umgeswitcht bei Dorte, ja, ne? Das ist so krass. Ja, ja. So ein kleiner Krimi für sich. Auf jeden Fall. Uah! Ich hab Zahnschmerzen. Irgendwie streamen wir ja 36 Minuten. Es kommt mir vor, als hätte ich irgendwie schon 5000 Stunden irgendwas erzählt. Und ich merkte gerade schon direkt müde. Ich muss durchhalten. Ich hab Bock zu streamen. Ich darf nicht müde werden. Was hat denn in Nevada? Meine ich ja, genau. Also Nevada ist halt nichts. Ne, also so ein Krimi war das noch nie. Und es haben... Man muss ja auch sagen, so viele haben auch noch nie gewählt. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Ich hab so Zahnschmerzen. Warum? Oh, ihr verlegt mich gerade schon fleißig in euren Storys. Ich reposte das alles später, ja? Kurze Frage. Machst du auch noch den fahrenden Ritter weiter oder hab ich den verpasst? Ne, den hab ich... Den hab ich da hinten stehen. Und da hab ich auch gerade eben, da in diesem Karton, so... Ähm... Und hab ich auch schon geliebäugelt, ob wir den euch heute weitermachen. Aber da muss ich mal gucken, wie fit ich bin. Also, weil ich möchte auf jeden Fall jetzt heute super viel lesen. Ich hab richtig Bock. Ähm... Ich muss aber auch trotzdem sagen, ich weiß nicht, wie lange wir streamen. Ähm... Ich bin nämlich einfach... Das hörst du total doof an. Weil ich am Montag und am Sonntag so viel gekotzt habe, ähm... Ist tatsächlich mein Hals richtig krass angeschlagen. Ich hatte gestern Gesangsunterricht. Ey, das war eine Katastrophe. Ich hab nichts, äh... hinbekommen, weil meine Stimme, also mein Hals so verätzt war, weil ich wirklich so krass gekotzt war. Ähm... Und deswegen, äh... Der tut immer noch sehr weh und ich muss gucken, dass ich den nicht überstrapaziere, sonst werde ich krank. Also, dann bekomme ich eine Erkältung. Das hab ich tatsächlich immer. Wenn ich zu sehr... Wenn ich merke, ich hab Halsschmerzen und dann ignoriere ich das, dann werde ich danach meistens irgendwie mit einer Erkältung krank. Da hab ich keinen Bock drauf. Ah, Dennis! Äh... Denise? Dennis? Vielen lieben Dank! Was geht denn hier ab? Mit sechs Subs? Äh... Gift Subs. Vielen lieben Dank! Die Subs... Äh... Äh... Die Gift Subs haben Sandra Juna bekommen. Arrow the Oil! Yay! Fesfana? Okay. Äh... Ich kenn dich gar nicht. Hab dich glaub ich... Oh, das hast du ja schon mal geschrieben. Carolina Malfoy, Schnurribart und Black Pay. Vielen lieben Dank! Denise, Dennis, Andy... 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 Mion. Weiß ich nicht. Kannst du mal singen? Also wenn du wieder gesund bist, natürlich. Äh... Wir haben hier öfter schon mal Twitch... Äh... Twitch Sings gemacht, ja. Ich sag immer, dass ich Gesangsunterricht habe. Ich sag aber auch gleichzeitig immer, ey, warte jetzt nicht, dass ich die crazy krasseste Stimme hab. Ich mach Gesangsunterricht nur, weil ich selber Bock drauf habe und weil es mir Spaß macht und ich einfach die Technik zu singen, äh, gerne lernen möchte. Ich sag jetzt nicht, dass es richtig stief alles oder so ist, aber es geht besser und, äh, deswegen nehm ich den Unterricht nicht, weil ich sage, ich hab ne geile Stimme. Ähm... Ich will jetzt ein Star werden. Ich mach das nur aus privater Freude. Auch wenn das sehr teuer ist. Einmal Wasser ins Gesicht, aber dann ist Schminke put. Nee, mein Eyeliner nicht. Mein Eyeliner ist wasserfester, haben wir ja festgestellt. Äh, ist es schlimm, wenn es, äh, bis zum nächsten Mal auch zwei Rotik-One-Shots sind? Achso, Dawn Snake. Hä, wieso? Wie gesagt, schreib doch so, schreib doch so viel, wie du willst. Also, wie gesagt, beim nächsten Mal mach ich auf jeden Fall eine, wenn ich, wenn wir dann auch zwei lesen, ja, dann ist das halt so. Vielleicht auch mehrere, wenn du noch mehrere hast. Hallo, Melina, ich bin durch TikTok auf deinen YouTube-Kanal gekommen und nun auch hier auf Twitch. Das find ich so krass. Ähm, weil TikTok ist ja, bin ich ja so klein und da guckt ja auch kaum jemand irgendwie meine Dingens und, ähm, trotzdem hab ich das Gefühl, dass super viele Leute von TikTok auf mein Instagram kommen, weil ich da mittlerweile irgendwie so voll viele Follower am Tag bekomme, äh, die wahrscheinlich auch mal sehr schnell weggehen, wenn ich was hochlade. Und das find ich halt so krass, weil TikTok verbinde ich jetzt nicht mit meinem Content, ehrlich gesagt. Also, krass. Hallo, Laura. Also, schön, dass du ihn gefunden hast. Voll cool. Hast du dich ja durchgewurschtelt, ne? Und, Mara, dankeschön für deinen, äh, Sub, äh, im ersten Monat. Krass. Vielen lieben Dank. Was ist denn heute mit euch los? Nein, andere posten aber bei TikTok die Begegnungen. Ja, was ich auch nicht schlecht finde, oder posten die wirklich das Video oder weisen die darauf hin? Ich hab schon mitbekommen, dass einige darauf hinweisen, aber die sagen dann nie Credits an mich. Wisst ihr, was ich meine? Die sagen einfach nur, das ist geil. Und immer denke ich so, traf doch bitte dahin, dass ich das bin. Ah, ich hasse das. Ich hab heute auch wieder, ich hab nach Erotik, äh, Geschichten ja gesucht auf Wetpads und dann bin ich über unverzeihliche Flüche eines meiner Fanfiction von Reading Book Channel gestoßen und ich so, Leute, das kann nicht sein. Ihr könnt nicht einfach eine Fanfiction von mir abtippen und auf Wetpad stellen. Ich mein, ihr habt wenigstens gesagt, dass es von mir ist, aber das geht trotzdem nicht. Also zumindest mich vorher fragen und dann bekommt ihr nein. Alleine schon, weil ich unverzeihliche Flüche jetzt selber auf Wetpad angefangen habe hochzuladen. Finde ich super. Also ich muss jetzt wohl einige die Kindheit zerstören haben. Ja. Nein, andere posten. Ah ja, hast du schon gesagt. Aber solange die das dann irgendwie sagt. Aber wie gesagt, posten die dann Auszüge davon? Posten oder posten? Die Begegnung gab es fünfmal auf Wetpad. Richtig nervig. Und ich sage jedem. Ich wurde letztens gefragt, ob jemand das auf Russisch übersetzen darf. Und ich so, an sich ja, aber ich will das ja ganz gerne als Buch rausbringen. Und dann ist das nicht so cool, wenn es irgendwo eine russische Version davon gibt. Okay, die Person, wo es gesehen hat, aber wie gesagt, die hat das dann wahrscheinlich gesagt, oder? Die hat dann gesagt, hey, also die hat das nicht das Video abgefilmt, oder? Da habe ich halt immer Angst vor, dass die Leute einfach mein Video hochladen und sagen, ja, Credits bei Reading Book Channel. Und nicht und nicht selber sagen, hey, ich habe da was gesehen, schaut mal, sondern einfach nur mein Video. Da habe ich immer richtig Angst vor. War das die Janina? War die das? Das habe ich bei Wetpad schon so oft erlebt, das geklaut. Ja, also das ist richtig krank. Und ich finde es halt krass, dass halt manchmal die Sachen geklaut werden, wenn du sie selber hochgeladen hast. Und ich finde es halt krass, dass einige Leute sich echt da hinsetzen und sich die Mühe machen, meine Videos, meine Hörbücher abzutippen. Also es kommt halt manchmal vor, dass die noch nicht mal sagen, Credits bei mir, ne? Und das finde ich halt, also bei mir, Reading Book Channel, das finde ich halt schon eine Schweinerei. Okay, Lina. Okay, das freut mich. Also ich will jetzt nicht direkt die Böse rüberkommen, aber so für einen Creator ist das halt richtig scheiße. Ne? Die sagen sozusagen, hey, ich muss den Potterheads einen Geheimtipp geben. Ah, es gibt einen super YouTube-Kanal. Reading Book Channel, sagen die das. Ach so, krass, ja cool. Aber wieso verlinken die mich denn nicht? Ich will das mitbekommen. Ich muss jetzt mal auf TikTok gucken. Vielleicht wurde ich ja letztens verlinkt, ich bin total selten auf TikTok. Ich muss da auch mal mehr machen. Aber was hält man denn bei TikTok hoch? Ich kann da ja nicht irgendwie so Parts hochladen. Ich habe letztens versucht, die Begegnungen hochzuladen. Das kam überhaupt nicht an. Hat 306 Aufrufe. Puh. Oh, ich habe 48. Okay, mir folgen jetzt ein paar Leute. Aha. Aha, aha, aha. Hallo, Snuff übrigens. Hallo. Ähm. Ja, verlinkt wurde ich jetzt nirgendwo. Aber mir folgen viele. Leute, ich muss euch es endlich sagen. Achso, das kenne ich. Naja. Wie heißt du denn auf TikTok? Ähm, ich heiße da glaube ich auch Melina Zaren einfach. Ja. Mir auf, ähm, ja. Ich bin da, ich, mit TikTok kann ich noch nicht so viel anfangen. Ich gucke zwar zwischendurch manchmal TikTok und verliere mich da voll drin. Wieso habe ich denn 58 Sekunden delayed? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Nein, hast du nicht. Ich habe nur sehr, sehr spät. Hast du jetzt die Zeit gestoppt? Ich habe sehr, sehr spät einfach auf deinen Moin reagiert. Ähm. Ähm. Also ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, wie mein Content auf TikTok passt beziehungsweise was ich mit dem Inhalt, den ich mache, ähm, äh, was ich machen könnte, inhaltlich, was zu mir passen würde, was auch auf TikTok geht. Ich weiß es nicht. Ich sitze doch hier nicht mit einer Stoppuhr. Ich weiß ja nicht. Wann antwortet ihr auf meinen Moin? Hm? Wann macht die das? Okay, ich schau gleich mal vorbei und lasse einen verlohen. Ah, danke schön. Ja, ich glaube, über Twitch selber kommt tatsächlich niemand hier so hin. Ich glaube, wenn, dann immer über YouTube. Aber finde ich nicht schlimm. Ist ja in Ordnung. Ich freue mich so auf den Adventskalender, der mit den ganzen Harry Potter One Shots für euch. Ich freue mich so darauf, sobald es im Dezember losgeht. Wir haben schon fast alle fertig. Äh, wir haben auch schon Aufnahmen und sowas. Ich freue mich richtig. Ach, Snuff. Ist ja in Ordnung. Wenn du gerne singst, wieso kein, äh, kleinen Ausschnitt Wieso keine kleinen Ausschnitte? Auf TikTok oder was? Da habe ich schon, ähm, zwischendurch mal was gesungen. Oh, Adventskalender, das wird mein Highlight diesen Dezember. Es gibt bei mir zwei Adventskalender sogar. Und einen könnt ihr noch heute, ne, heute bestellen. Der ist von mir selber gemacht. Ich gucke darüber, weil ich gestern einfach nochmal 40 neue Kerzen von einer Kerzensorte produziert habe. Und, ich bin auch dabei, ich habe mal überlegt, ich habe ja so Mystery Boxen, ne? Eine Sache. Aber wie, was fändet ihr denn, fändet ihr das cool, wenn ich so Januar Boxen anbieten? Also so, Monatsboxen, so Januar Box, Februar Box oder sowas. Ähm, ja. Schreibst du 14 One-Shots selber? Wieso denn 14? Wenn dann 24. Ähm, was ich gesagt habe? Ich habe überlegt, ob ich so, wie gesagt, so Boxen mache, aber dann frage ich mich immer, was ich da so reintun soll. Klar, eine Neujahresbox, das ist natürlich auch eine coole Idee. Ähm, ist halt die Frage, weil, also ich kann ja nicht in jede Box zum Beispiel eine Tasse oder so reintun, weil jeder, der dann jeden Monat so eine Box kauft, hat dann einfach irgendwann zwölf Tassen und denkt sich so, kann ja auch mal was anderes reintun, ich habe genug Tassen. Also klar, Kerzen kann ich reintun und natürlich auch immer irgendwie was mit neuem Design, Postkarten vielleicht, Buttons und sowas, aber ich weiß nicht, wann es nicht einfach genug ist, wann die Leute nicht einfach voll abgefuckt davon sind, dass sie immer nur Postkarten, Buttons und Kerzen bekommen. Klar, immer was Neues, aber trotzdem. Eine 2020 Survival Box. Ich glaube, das ist ein bisschen spät, wenn dann 2021. Und dann ist halt die Frage, wenn ich das halt so mache, die Reading Bookshop Monatsbox, ob ich da nur so Harry Potter Zeug reintue oder eben auch was von meinem Kanal. Ich weiß es halt nicht. Ich will halt nicht, dass Leute, es haben halt auch super viele Kalender gekauft oder auch generell bestellen super viele Leute, die nichts mit dem Reading Book Channel zu tun haben, weil die einfach mein Zeug geil finden. Und wenn die dann aber so eine Monatsbox oder so bestellen und dann irgendwie Insider von einem Einhorn bekommen, will ich halt nicht, dass die denken, was ist das für eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal Gedanken machen? Oder ob ich nur jeden zweiten mache oder so? Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Aber RBC Merch und Insider fände ich auch ultra nice. Also solche Sachen wollte ich auch tatsächlich jetzt mal mehr machen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich werde nämlich die Kerzen, die nur mit Reading Book Channel zu tun haben, werde ich aus Sojawachs machen. Die anderen sind aus Paraffinwachs und die werde ich mit Sojawachs machen. Die sind aber dann leider auch ein bisschen teurer, weil Sojawachs generell was teurer ist. Aber die machen einfach eine andere Farbe tatsächlich. Man kann die irgendwie anders einfärben. Fragt mich nicht, warum ich bin keine Wachskrasse Expertin. Ich weiß nur, dass im Prinzip Sojawachs das gleiche wie Paraffinwachs ist, nur anders. Also es ist jetzt nicht irgendwie schädlicher oder umweltfreundlicher oder sonst irgendwas. Es ist genau das gleiche. Und total viele sagen immer, ja Sojawachs und ich glaube, das ist einfach, weil viele sagen, mittlerweile gibt es ja so viele Soja-Ersatzprodukte oder so, dass alle deswegen denken, Soja ist jetzt so viel krasser, aber ist es gar nicht. Larissa, Dankeschön für deinen ersten Sub. Vielen lieben Dank. Liest du dann heute wieder Lass dann glücklich ziehen? Ja, das ist der Plan. Und Reading Book Channel Merch wird es auch geben in anderen Gläsern, als ihr das vielleicht von den anderen kennt. Ich mache einfach mal den Command jetzt. Ich bin jetzt mal ganz fresh. Also wer das noch nicht kennt, deswegen. Ja, es wird andere Gläser geben und wie gesagt, mit Sojawachs. Und das Erste, was ich jetzt versuche zu machen, ist der Leseblazer. Eine Kerze, die der Leseblazer heißt. Sie wird grün, weil mein Lieblingsblazer tatsächlich grün ist. Ich habe es ja hier wieder liegen gelesen. Das heißt, der Erste wird der Leseblazer. Und dann wird es natürlich noch eine ganz normale Reading Book Channel Kerze geben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich die geruchlos machen soll. Was meint ihr? Sojawachs riecht hier grundsätzlich schon mal immer sehr nice. Ich habe immer Angst, dass Leute, weil wenn sie nach, wenn sie nach was riechen, sich denken, okay, das riecht jetzt nach Erdbeere, ich mag Erdbeerngeruch nicht, also kaufe ich die Kerze nicht. Deswegen denke ich mir, mache ich das lieber geruchslos. Riecht die dann auch wieder Blazer? Das könnte etwas weird sein. Ich weiß es nicht. Ich riechte ein Blazer. Ich weiß es nicht. Kannst du mal eine Kerze in eine Tasse machen? Würde es fallen wie so in eine Tasse. Geruchslos nach Büchern, falls das irgendwie möglich ist. Nee, ist leider nicht so möglich. Ja, ich weiß es nicht. Aber eben Leseblazer, dann wollte ich noch das Einhorn-Kerzen-Ding machen. und Reading Book Channel. Chicken Wing. Das wäre geil, wenn ich einen Chicken Wing-Geruch hätte. Das wäre richtig geil. Aber ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob diese Box, vielleicht mache ich zwei unterschiedliche Boxen. Einmal so eine Harry Potter Box, die es jeden Monat gibt. mit unterschiedlichen Kerzen und einmal vielleicht nochmal eine Reading Book Channel, vielleicht generell eine Reading Book Channel Box. Eine. Oder so. Oder jede vier Monate oder so. Ich weiß nicht. Ich will auf jeden Fall, ich habe immer das Gefühl, dass ich halt immer nur neue Kerzen, so richtig krasse Ideen habe für den Adventskalender und das ganze Jahr überhaupt nicht. gut, es ist halt auch im Sommer oder sowas macht man sich weniger Kerzen an, obwohl ich es eigentlich auch sehr gerne mag, draußen dann Kerzen anzumachen. Aber es ist halt eher so die Winterzeit, wo man Kerzen kauft und deswegen bin ich mal gespannt. Ich würde es ganz gerne halt hochhalten, irgendwie den Shop, dass auch Leute irgendwie Bock haben, im Februar oder März sich Kerzen zu kaufen oder auch im August oder so, dass die da Leute auch irgendwie Bock drauf haben. Aber dafür muss ich natürlich auch ein bisschen mehr irgendwie dann am Ball bleiben und mal gucken, ob ich das so schaffe. Ich bin so froh, durch Zufall auf die Begegnung gekommen zu sein. Habe einfach alle deine Drummini-Fanfictions durch. Ja. Ich habe auch gemerkt, ich habe immer das Gefühl, ich habe eigentlich schon voll viele Fanfictions gelesen, das stimmt aber gar nicht. Das stimmt gar nicht. Eigentlich muss ich immer mehr machen. Auch Rache ist sexy und sowas muss ich viel mehr machen. Aber man denkt gar nicht, wie viel Zeit da einfach drauf geht. Oh, ich bin müde. So, aber von mir aus können wir langsam schon mal rüber gehen zu Lass dein Glück nicht ziehen, das zu lesen. Ich müsste nur noch mal ganz kurz gucken, weil ich sie wie immer vergesse. Welches Kapitel wir lesen müssen? Also müssen wir 57 lesen. Mila hat auch momentan nicht so viel Zeit. Ich habe auch momentan gar nicht so engen Kontakt gerade zu ihr, weil sie super im Stress ist. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil sie mir auch ein paar Tage dann gar nicht geantwortet hat, obwohl ich öfters geschrieben habe. Und ich so, Mila, magst du mich noch? Und deswegen hat sie auch gar keine neuen Kapitel oder so veröffentlicht. Jetzt seit fast einem Monat. das heißt, wir können gut aufholen, mal langsam. Ich freue mich. Grün steht hier wirklich gut. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Habt ihr übrigens eine Idee? Ich wollte mir unbedingt mal mehr Lidschatten oder so drauf tun, aber mit meiner Augenfarbe Braun passt nicht so, auch bei meinem Ton. Das sieht immer aus, als hätte ich irgendwie kranke Augen, als hätte ich Augenringe oder so, als wären meine Augen nicht gut. Was macht man denn für Lidschatten? bei so einer Augenfarbe und bei so einer Hautfarbe? Hat da jemand Ahnung von? Oh, easy. Jetzt fällt dir wieder ein, wie sehr du sie magst. Ich muss auch unbedingt diesen, vielleicht mache ich das nach dem Stream noch, wenn ich keine Kopfschmerzen habe, den, den, äh, Dingens, das Video machen, wo ich auf die Begegnungen eingehe. Och. Mann ey, ich bin da so eine kleine, also, ich kam da momentan nicht so zu. Es ist auch zur Hälfte quasi fertig geschnitten. Mach einfach golden glitzernd, das geht immer. Was? Was jetzt? Eine Kerze? Bist jetzt, bist du ein paar mehr Sekunden Delay, ne? Ist noch. Oder meinst du jetzt meinen Lidschatten? Golden glitzernd, Bonne. Rosa oder nicht? Weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein rosa Fan eigentlich. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich nach Lidschatten gefragt habe. Bronze cool aussieht. Aber Bronze ist ja sowas wie Braun, oder? Also, ich lese ja immer nur hier so zwischendurch Jules. Boah, glaubst du, du schreibst Maus. Ich war ja das gerade hartthold. Boah, alle Leute, die Maus mir jemals schreiben sollten, ne? Blockiere ich. Ich hasse sowas. Auch unter Mädels sowas zu sagen. Ich komme mir überhaupt nicht klar. Ach Schatz! Ach Mäuschen! Oh! Boah! Ich komme mir überhaupt nicht mit klar. Ich hasse sowas total. Ich bin immer so, ja. Gebt mir Kosenahnen. Goldenglitzernde Kontaktlinsen. Das tut bestimmt nicht weh. Mila schreibt mir immer mal aus. Ja, Mila versucht es manchmal auch bei mir. Das finde ich nicht cool. Das weiß sie auch. Ein schönes Smoky Eye. Ah, das ist aber sehr dunkel, glaube ich. Das ist sehr, sehr dunkel. Ich habe nur noch 5% Akku. Das ist nicht gut. habe ich irgendwo ein Ladekabel. Alter, das ist ja ekelhaft, wie er schreibt. Also ich nehme meistens Bronzefarben. PS habe blaue Augen, aber ich bin auch dunkler vom Hautsaar als du. Hm. Ich muss einfach noch mehr zur Sonnenbank gehen. Also generell zur Sonnenbank gehen, nicht noch mehr. Ach ja. Silbernen Lidschatten empfehlen. Ich bin nicht so der silberner Typ. Ich bin auch so eher, wenn ich Schmuck trage, wenn ich Klamotten trage, wenn ich Schmuck trage, ist es immer Gold. Ich mag eher Gold. Maus, Mausi, Schatz, Schatzi. Ich kann sowas überhaupt nicht ab. Aber ich kann das auch in Beziehungen nicht ab. Also. Ich finde das unter Mädels noch schlimmer. Oder wenn man mir dann tausend Emojis und Herzchen schreibt und Hab dich total lieb. Also man kann bei mir trotzdem emotional sagen und sagen, ah, dankeschön, dass du das gemacht hast, hab dich voll lieb und sowas. Aber nicht so, ah, ist er so toll. Boah, leh. So eine Art Blau beziehungsweise Gelb Gold. Das ist ja fast das Gleiche. Gelb Gold. Ja, vielleicht probiere ich mal Gold aus. Wer trägt auch schon Klamotten? Ist doch so. Snuff, du bist nicht so im Lidschatten-Game involviert. Du, ich kann ja gerne eine Tab- Tab- Was ist das Laberchen heute? Eine Palette rüberschicken und dann probierst du es einfach mal aus für uns. Ich habe sogar eigentlich einen ganz coolen Goldton, aber ich fand den immer too much. Boah, Babe und Baby finde ich auch schlimm, ja, ja. Also, ähm, in Beziehung ist bei mir grundsätzlich auch so, äh, bei mir heißt, jeder Typ in der Beziehung nicht so wie der vorherige mit dem Kosenamen. Es gibt einfach, es entwickelt sich einfach so mit der Zeit. Also, bei mir hieß jemand Schildkröte, bei mir hieß jemand Hampelmännchen, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie alle hießen, ich weiß es nicht. Ähm, es gab unterschiedliche Namen so und ich finde, das ist einfach viel persönlicher, weil, da steckt immer was hinter. Ich weiß nicht, diese, zum Beispiel bei Schildkröte hat die Person immer so ganz komisch so gelegen und geschlafen und komische Geräusche gemacht, wie so, kennt ihr, aber, oh, hört sich doof an, aber ihr kennt auch diese Geräusche, die eine Schildkröte macht, wenn sie Sex hat oder wenn sie denkt, sie hat Sex. Und solche Geräusche hat er öfters auch mal gemacht, nicht beim Sex, sondern im Allgemeinen, wenn er irgendwie so aufgewacht ist und man dieses, äh, und deswegen Isa Schildkröte bei mir. Und das sind halt so für mich so, so Kosenamen, ähm, die, die haben dann was wirklich mit der Person zu tun und, ähm, finde ich halt viel schöner und deswegen möchte ich niemals irgendwie Schatz oder so genannt werden, weil ich immer nur denke so, ja, vielleicht hast du meinen Namen gerade vergessen und weißt nicht mehr, wie ich heiße, weil du eine andere Rolle vor mir auch noch hast, keine Ahnung, weil Schatz kannst du halt nie falsch machen. Ähm, ja, deswegen, ich finde es immer persönlicher. Exklusiv, sage ich immer. Jemand muss exklusiv sein. Ich möchte für jemanden exklusiv sein und andersrum auch. Und das fängt beim Namen geben schon an. Er kann mich aber auch Melina nennen, das ist auch kein Problem. Persönliche Spitznamen sind eh viel cooler. Und solange ich halt keinen persönlichen Spitznamen gefunden habe, gibt es halt keinen Spitznamen. Ich habe jetzt übrigens einen Schrank hier hinten. Ja, ist auch ein bisschen gefüllt. Ich hätte mir einen gekauft, so ganz spontan. Ich, ähm, habe gesehen, okay, meine Bücherregale sind voll. Ähm, und, äh, ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen in meinem Wohnzimmer. Und habe dann eins gekauft über Ebay, 35 Euro, äh, anstatt irgendwie 95 bei Ikea. Und dann habe ich gemerkt, mh, der passt nicht wirklich mehr ins Wohnzimmer. Sieht auch ziemlich kacke aus. Und ist nicht mehr symmetrisch und sonst irgendwas. Hi, Mila! Und dann habe ich gesagt, okay, aber jetzt habe ich den ja gekauft. Ja, jetzt muss ich den irgendwo hinstellen. Und dann dachte ich mir, okay, stelle ich den hier hin und dann kommen da auch immer Bücher rein, die ich alle noch nicht gelesen habe. oder die ich für Kooperationen oder sowas dann, ähm, ja. Wie aktuell ist deine Bücherwunschliste? Ähm, ich habe letztens noch mal draufgeguckt, eigentlich relativ aktuell. Ich glaube, ein Buch kann man daraus streichen. Das habe ich nämlich jetzt gerade, ähm, wie heißt das? Amazon.de Wo ist meine Reading-Book-Channel-Liste? Wo ist sie? Ähm, wo sind denn die Wunschlisten? Da, Wunschzettel. Da habe ich eine Bücherwunsch. Wunsch? Ne, das ist nicht die richtige. Hä? Ah, hier, meine Wunschliste, Reading-Book-Channel. Okay. Hä, was ist denn da drauf? Ach, witzig! Okay, das ist mittlerweile nicht nur eine Bücherwunschliste, sondern eine Reading-Book-Channel-Liste. Okay. Ah, da sind ja auch ein paar Funkos drauf und da ist auch Technik bei, sehe ich gerade, ja. Das kann raus, Obsidian und sonst irgendwas, kann halt raus, wenn ich da oben halt diesen Schuber habe, ne? Wobei der Schuber an sich ganz geil ist, aber die Bücher, glaube ich, so cooler aussehen würden. Ich bin ja eigentlich auch ein Hardcover-Fan eher. Ähm, ja, aber was hatte ich denn jetzt? Hier dieses, äh, die magischen Bücher habe ich ja jetzt das erste von geholt. Ich glaube, das dritte habe ich jetzt da drinnen oder so. Ja. Wolle, ey, die eine Webcam ist ja richtig teuer geworden. Aber, äh, ein Buch finde ich halt richtig cool. Ich glaube, das ist das hier. Genau, Happy Earth, 100 Ideen, wie du die Welt verbessern kannst und so. Ähm, das ist so ein Buch, was ich mir, glaube ich, so selber nicht kaufen würde, weil ich glaube, das könnte halt auch voll scheiße sein. Aber ich finde die Autorin ja so cool, weil die hat Serienunikat geschrieben. Und Chantal Fleur Saint-Yon hat tatsächlich nämlich nur Serienunikat rausgebracht als einziges Romanding. Und der Rest sind Kochbücher und Welt retten. Was jeder dafür tun kann. Ach, guck mal, kommt am 2021 raus. Krass. Aber die hat irgendwie sonst nur Serienunikat rausgebracht als wirklichen Roman. Finde ich voll schade. Ihr seid so lieb, aber ich fühle mich fast schon schlecht. Ich muss aber unbedingt Hallo sagen. Wollte halt gleich etwas Yoga machen. Ja, geil. Aber grundsätzlich kann man mir immer irgendwelche Bücher finden. Finde ich immer alle ganz cool. Das sind halt auf der Wunschliste ich kaufe mir halt auch super viele Bücher um die gar nicht erst zu lesen sondern einfach weil sie schön sind. Auf der Liste sind dann eher immer so Bücher wo ich sage Ja, fände ich ganz interessant aber das ist mir dann wieder so ein bisschen zu uninteressant dass ich sie mir tatsächlich kaufen würde. Ich will ja unbedingt Adventskalender. Leute, wenn ihr Adventskalender entweder selbst gebastelt oder sei es nur irgendein Kleinen für 10 Euro oder wie viel wie viel kosten überhaupt so Schokolade Adventskalender Ich liebe Adventskalender aber ich ich hab mir jetzt auch schon 2 3 hab ich mir gekauft aber ich glaub das bleibt auch dabei weil ich find grad so nichts was mich sonst anspricht wo ich sage Ja, da das geb ich Geld für aus Ähm Ja Ich überlege Ich überlege die ganze Zeit die Malwanne macht der mal so Tests zu Kalendern Ich hab überlegt ob ich so eine Funko Pop Adventskalender als Test mache ob das jemanden interessiert oder ob ich dann Spoiler oder so Ultra Pro Hallo Hallo Kimbi Nein Nein, wir haben noch nicht gelesen Ja Stimmt Stimmt Ich musste ja auch noch einen machen Du machst 6 Stück selbst Ich hab's ja wieder so gemacht Ich hab's ja wie gesagt wieder so gemacht dass ich Reni und der Hanna Geld gebe und die mir dann Adventskalender machen Also jeder eine Hälfte Ja Dann weiß ich wenigstens auch was was cooles bekomme Und ich stehe ja auch eher so auf Snack Adventskalender Ich will ja die ganze Zeit diesen Amazon Surprise Adventskalender Ich guck jeden Tag Aber ich Den gibt's momentan nicht Ich glaub die machen den auch nicht mehr Der hat in den letzten Jahren immer so ein Amazon Surprise Adventskalender mit so unterschiedlichen Produkten Einfach eine Cola Dose oder einer Chips Tüte oder so drin Und ich mag einfach diese Überraschung die dahinter ist Und dann was zu essen zu haben Das mag ich Ich bin ja nicht so der Schokoladen Fan Also ich könnte jetzt auch einfach so eine Pringles Chips Adventskalender Dingens machen Aber Da würde ich sagen wenn man mir das schenkt Okay Freue ich mich Aber selber für mich würde ich sagen Ne Das reicht mir nicht Das reicht mir nicht Ich will nicht Jeden Tag Chips haben Ich will auch mal was anderes haben Ich will auch eine Cola drin haben Ja Aber der Amazon Surprise Adventskalender den gibt's jedes Jahr nicht Richtig schade Hier Ich geb Adventskalender ein Ich bekomme Iris Pure Grinderknochen Riesenhunde Kauknochen Geil Also ich hab mir schon eine Art Adventskalender so durchgeguckt Ich hab mich jetzt noch nicht so ein krass ein so angesprochen wo ich sag Ja Ja Und mich so um Da würde ich selbst 150 Euro für bezahlen Noch nicht Können wir natürlich auch so einen Barbie Schmuck Adventskalender holen Na ja Hab letztens Rinderknochen gekauft Die waren ziemlich preiswert Da kann man nichts gegen sagen Was macht man denn damit Hast du auch dann rumgekaut Was hältst du von Pechkeks Adventskalender Hab ich auch schon gesehen Dieser schwarz-weiße Sah interessant aus Aber Wäre halt auch selber so nichts was ich mir selber kaufen würde Finde ich aber witzig Aber ich glaube so wenn ich den alleine öffnen würde wäre halt so Dafür würde ich glaube ich das Geld nicht ausgeben Ich könnte jetzt 2,61 Euro sparen wenn ich jetzt zugreifen würde Rinderbrühe kochen für Bohneneinsatz Achso Okay Melina kann dich endlich sehen Können wir mal festhalten wie geil die Olle aussieht Meine Wimpern Ich habe gerade schon meine Wimpern ungefähr 20 Minuten lang geschwärmt Das wäre doch ein super Geschenk wenn Melina jeder wenn für Melina jeder ein Tütchen schenkt Das wäre krass auf jeden Fall Meine kurze Frage noch schnell wegen dem One Shots Wie erotisch dürfen die werden Do feel free weil ich weiß nicht ob der letzte nicht etwas zu extrem war oder ob das mein eigenes Empfinden war Ey das ist total egal Also entweder so wie letztes Mal ich glaube mehr nicht aber den letzten fand ich auch richtig gut aber musst du ja auch nicht Muss auch nicht so krass werden Kannst du ja auch nur so andeuten oder so Ich bin noch dabei meine Mom zu überzeugen mit mir einen zu basteln oder meinen Hast du bei mir schon bestellt? Weiß ich gar nicht Mein Vater sollte mich letztes Jahr mit einem richtig cool Adminentes Kalender überraschen Was habe ich bekommen? Einen ehrlich Brother Kalender Scheiße Mit 21 Jahren ein Kalender wo jeden Tag ein Zaubertrick drin war Hatte was aber nach einem Ausprobieren Ne hatte was aber nach einmal Ausprobieren habe ich die Sachen nicht mehr benutzt War also doch eher ein Flop Ich lese alle Hemmschwelle ist überwunden Das stimmt schon Ja wollen wir mal anfangen zu lesen Wir haben jetzt schon echt lange gequatscht Und da ich ja nicht weiß wie lange meine Stimme überhaupt mitmacht Würde ich mal sagen Wir sollten mal langsam loslegen Okay Boah meine Wimpern sehen jetzt ultra krass lang aus Gut Ich muss jetzt erstmal gucken wie ich das schön hinkriege Das Ich mag das nie diese Dinger hier auf dem Kopf Oh Ich muss den Laserblazer anziehen oder Hätte ich fast vergessen Ich werde ich fast vergessen Diese Blazer Oh Mila Ey Ich fühle dich mit der Migräne Ich hab wieder Kopfschmerzen Seit Samstagabend hab ich durchgehend Kopfschmerzen Geht nicht weg Ach Johnny Depp hat also eine Filmrolle verloren Und ich dachte jetzt schon der wäre tot Nein das ist ja nicht so schlimm War es? Wie sagt er wie sagt er eine Filmrolle verloren Warum spielt er nicht mehr Grindelwald Oh ich muss jetzt mal die ganze Zeit die Walen an der Seite wohl auflassen Und meine Haare sehen wieder so voll zerzottelt aus Ich muss so dringend zum Friseur Ja Ja Machen wir die Musik hier mal aus Auch für mich aus Nicht nur für euch Danke Slither für deinen Follow Vielen lieben Dank Tu ich dir den Chat hin Eigentlich muss der Chat hier rüber Hier sind jetzt die Wahlen Die Wahlen Ah dann kommt der Chat jetzt hier hin Ach komm Ja Jetzt kommen sie bitte mit Jetzt stellen sie sich nicht so an Sie kommen jetzt mit Nein Pop out So Du kommst jetzt mit hier unten hin Ich mal hier Alles klar Viel Spaß Mila Wir haben jetzt Spaß mit deiner Story Meine Nase ist jetzt schon zu Geil Seid ihr ready Na Im Lörg Ja Seid ihr im Lörg Nicht alle Bitte Kommt wieder Ich mach jetzt auch keinen Popschutz dran Weil ihr wisst Ich und der Pop Ich hab mir neuen Popschutz bestellt Fällt mir grad ein Uh Mein OPS Paket Muss ich mir morgen abholen Okay Leute Los geht's jetzt hier Los geht's Aua Ich hab nur wegen Adelst und weh In Kombination Aua Aua Warte Es tut grad echt weh Na egal Ähm Gut Dann Mal los Kapitel 57 Gespräch Unter Frauen Hermine Hermine war nach Feierabend Zum Mungus Geflot Geflot Achso Um ihre Krankenkarte Nach Nachzuzeigen Wie sie es der Schwester Versprochen hatte Nach dem Termin War sie sofort zur Schule Appariert Um Scorpius Zu sehen Sie wollte ihn In den Arm Nehmen Ihn von seinen Sorgen Und Ängsten Befreien Ihn versichern Dass sie immer Bei ihm sein würde Aber vor dem Klassenzimmer Als sie sich losließen Legte Molly ihre Hände Auf Hermines Wangen Ach meine Süße Du wirst ja immer Hübscher Aber du bist so Dünn geworden Du musst uns Unbedingt Besuchen Komm Ich mach dir Meine berühmten Pasteten Was hältst du Von der Idee Ich glaube Ich kenne das schon Ich weiß nicht Ich muss mein Handy Mal ein bisschen Weiter weglegen Hermine lächelte Verlegen Vielen Dank Molly Sehr gerne Ein anderes Mal Ich muss heute Unheimlich viel erledigen Ich wollte nur noch Scorpius und Albus schauen Hermine fiel auf Dass sie sich Verplappert hatte Woher sollte Molly Auch wissen Wer Scorpius war Molly sah sie mitleidig an Und streichelte erneut Mütterlich ihre Wangen Dass Hermine am liebsten Geweint hätte Liebling Ist denn alles in Ordnung Bei dir? Ron hat mir schon erzählt Dass du eine Beziehung Zu dem jüngsten Malfoy führst Natürlich Ron hatte es erzählt Naja Nicht wirklich Antwortete Hermine Wahrheitsgemäß Sie konnte Molly Einfach nicht belügen Dafür hatte diese Frau Zu viel für sie getan Weil ich weiß Ihr haltet nicht viel Von der Familie Aber Molly hatte Hermine Sofort unterbrochen Ried kein Stuss Liebes Du bist ein Intelligentes Mädchen Und ich hätte mir Natürlich gewünscht Dass du meine Schwiegertochter wirst Molly kam mit einem Verschwörerischen Blick Näher und flüsterte Natürlich wird Arthur sie schwarz ärgern Dass Lucius Malfoy So eine tolle Schwiegertochter bekommt Die sich auch noch Mit Muggeln So gut auskennt Hermine musste Unwillkürlich lächeln Während Molly Weitersprach Sollte sich mal Die Gelegenheit ergeben Kommt mit Lucius Sohn Gern bei uns Zum Essen Ihr seid herzlich Eingeladen Liebes Du gehörst ja quasi Zur Familie Da muss ich ihn doch Nicht unter die Lupe Da muss ich ihn doch Noch unter die Lupe Nehmen Molly zwinkerte Und Hermine Verspürte augenblicklich Eine mütterliche Und wohlige Wärme In ihrem Bauch Mollys Unbeschwertheit Tat ihr unendlich gut Und ließ sie sofort Ihre Sorgen Für einen Moment Vergessen Mach ich sehr gerne Lächelt Hermine Und ließ sich wieder Von Molly In den Arm nehmen Mach dir keine Sorgen Meine Süße Differenzen gibt es immer Solange wir leben Haben wir genug Zeit Uns zu vertragen Hermine schloss Während der Umarmung Ihre Augen Ja Solange wir leben Es wurde Zeit Fred seine versprochene Schokolade Ans Grab zu bringen In diesem Moment Fühlte sie sich Unheimlich schuldig Solange nicht mehr Bei ihm gewesen zu sein Nun stand sie hier An Freds Grab Hermine kniete sich hin Es war ihr egal Ob ihre Hose Schmutzig werden würde Hey Fred Ich hab dich vermisst Wechelte Hermine Und legte die Schokolade Und Blumen hin Wie versprochen Dein Knallfrosch Naja Einige Monate zu spät Ich hoffe du freust dich Trotzdem Und bist nicht allzu böse Hermine kam sich Überhaupt nicht seltsam vor Selbstgespräche zu führen Sobald sie sprach Hatte sie das Gefühl Als würde man sie Wirklich hören Als würde Fred Sie hören Du wirst es nicht glauben Fred Ginny arbeitet jetzt Bei George Ob das gut geht Lächelte Hermine Und säuberte währenddessen Das Grab Von den Blumen Die nicht mehr blühten Anschließend Goss sie Wasser Über den Rest Der prachtvollen Und bunten Blumen Mit dem Zauberstab Alpes wird so langsam Wie George Und du Ich glaube du wirst Stolz auf den Kleinen Er ist unheimlich Groß geworden Und frech Grinst der Hermine Dann legte sie ihre Hände In den Schoß Und spielte mit ihrem Hemdsärmel Ansonsten ist einiges Passiert Zur Zeit geht es mir Nicht sonderlich gut Aber das würde ich Ungerne mit einem Kerl besprechen Ich hoffe das Verstehst du Flüsterte Hermine Und strich lächelnd Über sein Grabstein Hermine stand auf Und klopfte sich Die Knie ab Ich geh mal rüber Ich muss einiges Mit deiner Nachbarin Besprechen Auf einmal wehte Ein starker Wind In Richtung Astorias Grab Und Hermine lächelte Zu Fred Danke Freddy Ich hoffe du lauscht nicht Eure blöden Langziehuhren Haben mir nämlich Haben mir ziemliche Probleme eingehandelt Hermine stand nun Mit klopfendem Herzen Vor Astorias Grab Und blickte auf den Einen Meter hohen Baum Der Erinnerung Den Draco Vor einiger Zeit Gepflanzt haben musste Hermine wusste Von Professor Sprouts Unterricht Von seiner Seltenheit Und seinem Wert Wie viel muss Astoria Draco Wert gewesen sein Das konnte man nur erahnen Hermine kniete sich Langsam hin Und blickte auf die Engels Skulptur Auf der Astorias Name geschrieben war Ihr Herz klopfte Fürchterlich Und sie sah sich um Ob sonst jemand Auf dem Friedhof stand Aber es war keiner da Hey Astoria Flüsterte Hermine Und atmete schneller Ob der Baum Seine Wirkung Schon entfalten konnte Hermine schloss ihre Augen Und hörte plötzlich Eine sanfte Flüsternde Und fremde Stimme In ihrem Bewusstsein Guten Tag Hermine Granger Ich habe schon Auf dich gewartet Hermine verspürte Gänsehaut Am ganzen Körper Die Stimme hörte sie Nur in ihrem Bewusstsein Klar und deutlich Das hieß Dass kein anderer Sie hören konnte Wahnsinn Was es alles In der magischen Welt gab Also Stimmte es Dass dieser Baum Alle Merkmale Einer verstorbenen Person Speichert Doch anscheinend War der Baum Noch nicht ausgereift Denn Hermine Konnte keinen Duft riechen Das einzige Was sie hier roch War den frischen Wind Die Blumen Und die Erde Du Hast Auf mich gewartet? Fragte Hermine Etwas zögernd Und wartete erneut Auf eine Antwort Irgendwie war das Viel persönlicher Als ein Gespräch Mit einem Porträt Hermine war überwältigt Ja durchaus Wie geht es Meinem Jungen Und meinem Mann? Hermine stockte Sie nannte Draco Immer noch ihren Mann Du nennst ihn Also immer noch Dein Mann Ist das der Grund Weswegen es einfach Mit ihm Und mir nicht Funktionieren will? Weil du Immer um uns Herum schwirst? Hermine lächelte Aber ihre Augen Fingen an zu tränen Für einen Moment War die Stimme In ihrem Bewusstsein Stumm Und Hermine Verspürte eine kleine Panik Sie sprach erneut Den Beiden geht es gut Ich liebe Scorpius Er ist das tollste Kind Das ich jemals Kennengelernt habe Hermine Granger Ich habe viel Gutes von dir gehört Du wirst immer Für meinen kleinen Da sein Habe ich recht? Hermine konnte sich Nicht mehr halten Und schüttelte sich Vor lauter Tränen Wie soll ich Für Scorpius Da sein können Wenn Draco mir Das Leben mit seiner Sturheit Und seinen Launen Zur Hölle macht Sie verbarg ihr Gesicht Mit den Händen Astoria Ich kann das nicht mehr Ich bin nicht dazu geboren Eine Mutter zu sein Ich bringe mich immer In Schwierigkeiten Ich schade Scorpius nur Die sanfte Stimme Sprach weiter Als wäre es Ein normales Gespräch Über das Wetter Du hast Lord Voldemort Besiegt Richtig? Hermine Wischte sich die Tränen weg Und kam sich Unendlich blöd vor Ja Haben wir Antwortete sie Stattdessen Und wartete Auf Astorias Stimme Und Du findest meinen Mann Schlimmer als Lord Voldemort? Hermine stockte Für einen Moment Verwirrt Dann brach sie Unter Tränen In Gelächter aus Wie hast du es Nur so lange ausgehalten Ohne durchzudrehen Astoria Er versteht Vieles falsch Oder so wie Er es verstehen will Er lässt einen Nicht aussprechen Und es ist sofort Auf 180 Er pöbelt Spaziergänge Und Arbeitskollegen An Und springt Fremde Vorgärten Wenn er wütend ist Wenn ihn etwas bedrückt Werdet er nicht darüber Man muss Rätsel raten Er dominiert mich Obwohl ich nicht Der Mensch bin Der sich dominieren lässt Ich kann in seiner Nähe Nicht das sagen Was ich gerne sagen will Weil ich Angst habe Etwas falsch zu machen Ich fühle mich dann Wie versteinert Und das Interpretiert er falsch Hermine rollte mit den Augen Außer im Schlafzimmer Da weiß er genau Was er will Und ist der unglaublichste Liebhaber Und da findet er Alles toll Was ich mache Ach ich weiß nicht Ich will auch nicht Deine Gefühle verletzen Indem ich über Deinen Mann rede Er liebt dich immer noch Ich bin fest davon überzeugt Aber die Liebe Die ich für ihn empfinde Macht mich so unendlich schwach Bei diesen Worten Tränten Hermines Augen erneut Und sie schüttelte Senkend den Kopf Diese Tatsache Das erste Mal auszusprechen Und es Ich einzugestehen Tat unheimlich weh Er gehörte nicht zu ihr Er gehörte zu jemand anderem Und sie hatte das Gefühl Sich zwischen ihnen zu drängen Gleichzeitig tat es ihr weh Dass er diese Vergangenheit Mit einer anderen Frau hatte Dass er alles Zehnmal intensiver erlebt hatte Als mit ihr Klang das In ihrer Wahrnehmung logisch Hermine Granger Habe keine Scheu davor Draco deine Meinung zu sagen Erhebe deine Stimme Rede wenn du etwas zu sagen hast Und schweige Wenn du schweigen willst Sei du selbst Nur so könnt ihr zusammenwachsen Er muss deine wahre Seite sehen Du musst dich ihm offenbaren Hermine nickte Astoria hatte recht Wieso hatte sie Draco nie angeschrien Und ihn gezwungen Ihr zuzuhören Ob Astoria das tat Oder sie dieselben Fehler Gemacht hatte wie Hermine Aber ein Astoria Greengrass konnte Ihres Erachtens nichts falsch machen Denn Astoria Greengrass war die perfekte Hausfrau und Mutter Sie war Reimblüterin und es war von Anfang an unkompliziert Sie musste nicht arbeiten gehen um ihren Lebensunterhalt zu verdienen Hatte keine männlichen Freunde die Gefühle für sie hegten Oder mit denen sie eine gemeinsame verkorkste Vergangenheit hatte Setzte sich in ihrer Freizeit nicht leidenschaftlich gern für Drachen und Elfen ein Und verteilte Anzeigen als wären es Flyer Außerdem besaß sie kein gestörtes Selbstwertgefühl Musste nicht gegen Todesser und Vorurteilen kämpfen Und hatte glänzende schwarze Haare Die sie morgens nicht wendigen musste Astoria Greengrass War perfekt Hermine weinte Aus Angst etwas falsch zu machen Habe ich nichts gesagt Und das hat alles noch schlimmer gemacht Ich wollte so sehr alles richtig machen Aber ich weiß nicht ob ich diese Beziehung noch führen kann Bei jedem Streit droht er mir Dass ich Scorpius nicht sehen darf Ich werde ihm nie gut genug sein Ich bin nicht du Er wird immer nur dich lieben Naja Du bist ja auch eine tolle Frau Hermine atmet tief aus Natürlich liebt er mich Natürlich wird mich Draco nie ver... Achso Entschuldigung Natürlich liebt er mich Natürlich wird mich Draco nie vergessen Aber Hermine Granger Seid für ihn da Draco braucht dich Mein Junge braucht dich Schenk ihnen die Liebe Einer Mutter und einer Frau Die ich ihnen nicht mehr geben kann Sie brauchen ihre Zeit Ihr müsst einander vertrauen Und dem Lauf der Zeit vertrauen Liebe und Vertrauen Geschieht nicht in den guten Zeiten Sondern wächst an den schweren Zeiten Was ist wenn ich das nicht kann Astoria? Was ist wenn ich versage? Vielleicht bin ich nicht gut genug als Mutter Oder als Frau Vielleicht werde ich ihnen nicht gerecht? Ich will Scorpius so sehr eine Mutter sein Aber wie? Ich enttäusche ihn immer Eine Mutter wird man nicht mit einer Bedienungsanleitung Hermine Granger Eine Mutter spürt wenn es dir nicht gut geht Sie versucht dir deinen Schmerz zu nehmen Sie gibt bedingungslose Liebe Die sie manchmal nicht zurückbekommt Sie opfert sich für dich Und gibt dir Weisheiten mit auf den Weg Die ein Vater manchmal nicht kennt Eine Mutter hat Geheimnisse mit dir Und sie verrät dich nicht Sie ist wie deine beste Freundin Eine Mutter gibt dir dein Lächeln zurück Wenn du es mal verlernt hast Und wenn es nur noch ein Stück Kuchen gibt Ist sie diejenige die sagt Dass sie Kuchen eh nie mochte Mutter sein Mutter sein Lernt man nicht zu werden Man isst es einfach Frauen wie du haben einfach nur ihren Kompass vergessen Hermine hörte Astoria stumm zu Und gleichzeitig wurde ihr bei der Sanftheit der Stimme bewusst Was für eine unglaubliche und großartige Frau Astoria sein musste Die sich für ihre Familie aufgeopfert hatte Draco ist Draco Du kannst ihn nicht verändern Was du tun kannst Ist für ihn da zu sein Und ihm Liebe zu schenken So wie ich es getan habe Sobald du dich ihm bedingungslos hingibst Und aufhörst zu hinterfragen Wird sich alles verändern Wird er sich verändern Und es wird besser Du wirst glücklicher nicht sein können Er wird dich glücklich machen Ich bin Dracos Vergangenheit Hermine Granger Aber du bist seine Zukunft Hermine nickte und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht Es tat so unfassbar gut Diese Worte von Astoria zu hören Sie liebte Draco so unendlich Dass es wehtat Sie wollte ihr Leben mit ihm teilen Sie wollte glücklich mit ihm werden Egal welche Hindernisse auf sie warteten Draco gehörte zu Hermine Sie hatten eine gemeinsame Geschichte Seitdem sie Kinder waren Sie durfte so nicht enden Astoria Kann ich dir ein Geheimnis verraten? Flüsterte Hermine Und die Stimme war für einen Moment stumm Hermine lächelte Unser Draco Wird wie der Vater Was? 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 Wieso läuft da Blut unter dem Headset raus? Achso Wegen dem Ohrring Verstehe Oh ich will direkt weiterlesen Wollen wir direkt weiterlesen? Ja ne Meine Nase Oh sie geht hier Sie wird jetzt schon Sie zickt jetzt schon rum Ach ja Ach ja Wollen wir in Lesben weiter. Es war später Nachmittag. Hermine saß mit einer Tasse Tee am Esstisch ihrer Wohnung. Die Gefühle, die in ihrem Herzen ständig in Form von Tränen drohten, auszubrechen, hielt sie mächtig zurück. Gestern im Mungo deutete alles noch darauf hin, dass Hermine nicht schwanger sei, jedoch verfärbte die Konsistenz, die verriet, ob man schwanger ist oder nicht, sich unklar. Die freundliche Schwester hat Hermine gebeten, für den morgigen Tag erneut zu kommen, um eine weitere Untersuchung durchzuführen. Es würde mehr Klarheit schaffen und sie könnte ihre Krankenkarte nachreichen. Tessa Slyrin, danke für den Verlangen. Jetzt hieß es auf einmal, doch, Hermine sei schwanger. Es waren zu viele Gefühle auf einmal, die sie nicht einordnen konnte. Sie konnte es einfach nicht realisieren. Sie ständig fuhr sie sich über ihren Bauch, aber sie spürte nichts. Es war, als wäre es nicht real, nicht wirklich. Hermine und schwanger? Sie raufte sich die Haare und lauschte die befahrene Straße, als plötzlich per Kamin ein gelber Brief eintrudelte. Hermine stand auf und hob ihn kraftlos auf und öffnete ihn mit einem schlechten Gefühl im Magen. Wie sie vermutet hatte, wurde die Klagerücknahme abgelehnt, da ein Drachenspezialist morgen in London sowohl die Verfassung als auch die Echtheit der Drachen überprüfen würde. Für einen Moment zitterte Hermine und raufte sich verzweifelt die Haare, doch am nächsten schöpfte sie Hoffnung. Sie hatte eine Idee und dafür bräuchte sie die Hilfe von zwei gewissen Personen. Im Normalfall hätte Hermine es niemals in Betracht gezogen, das zu tun, was sie jetzt tun würde, aber außergewöhnliche Umstände erforderten eben außergewöhnliche Maßnahmen und es war eine absolut verzweifelte Lage, in der sie steckte. Also stand sie auf, stieg unter die Dusche, machte sich fertig und apparierte mit all dem Mut, den sie aufbringen konnte, ins Manor. Isabel, danke auch für dein Follow. Hermine stand von der riesigen Tür und klopfte mit angehaltenem Atem dreimal an. Nach einigen Sekunden öffnete Dracos Mutter die Tür und schaute Hermine überrascht an. Die Brünette schämte sich zu Grund und Boden, denn Narcissa trug bereits ihre Abendgarderobe. Ich überreiche ihr. Miss Granger, das ist ja eine Überraschung, rief Narcissa freudig und nahm Hermine in den Arm. Hermine lächelte schüchtern. Nachdem sie sich voneinander gelöst hatten, blickte Narcissa sich um. Sind sie alleine hier? Achso, sind sie alleine hier? Hermine schüttelte ihre Perlenhandtasche und blickte verlegen zu Narcissa auf. Merlin war ihr das unangenehm. Ja, ich bin alleine hier. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich ihre Abendruhe störe, Miss Malfoy. Dürfte ich sie und ihren Mann für eine halbe Stunde sprechen? Narcissa, noch immer überrascht, legte sanft ihre Hand auf Hermines Schulter. Mein Mann ist nicht da, aber kommen Sie doch gern rein. Wir trinken einen Tee gemeinsam und Sie erzählen mir, was los ist. Hermine lächelte und bemühte sich nicht zu weinen. Es war ein unheimliches Risiko, was sie hier tat. Eventuell könnte Narcissa sie nach dem Gespräch hochkant rauswerfen. Hermine stellte sich auf alles ein und doch tat es weh, wie freundlich diese Frau ihr gegenüber war. Sie setzte sich mit Narcissa auf ein gemütliches braunes Chesterfield-Sofa in einem Nebenraum des Salons und ließ den Hauselfen Arthur ihnen einen Kräuter-Tee-Reservieren. Die Brünette knetete nervös die Hände im Schoß und überlegte im Inneren, wie zum Teufel sie das Gespräch anfangen sollte. Als Narcissa schließlich fragte, was los sei, brachen die Tränen wie ein Damm über sie ein. Aber liebes Grundgütiger, was ist denn los? Arthur, bring eine Serviette! Narcissa drückte Hermine mütterlich an sich und streichelte ihr die gewählten Haare, während sie versuchte, sie mit Worten zu trösten und zu versichern, dass es für alles eine Lösung gäbe. In dem Moment vergaß Hermine, dass Narcissa Malfoy Narcissa Malfoy war. In dem Moment war Narcissa einfach nur eine Mutter. Trotz der zahlreichen Tränen war Hermine fasziniert von dieser sensiblen Seite Narcissas, die doch immer sehr akkurat, freundlich und etwas zurückhaltend wirkte. Hermine erzählte Dracos Mutter einfach alles. Sie erzählte von ihrem leidenschaftlichen Engagement gegenüber magischen Wesen, von Draco, der wochenlang schlechte Laune hatte doch nie erzählt, dass es wegen einer Anzeige für illegale Drachenhaltung war, davon, dass sie ihm nicht vorher schon von ihrem Termin in New York wegen dieser Sache erzählt hatte, weil Draco der Meinung war, sie mische sich ständig in Angelegenheiten ein, die sie nichts angingen. Sie gestern wie versteinert war, als die Familie am Tisch über diese Anzeige sprach und sie dadurch erst erfuhr, dass Draco der Angeklagte war und dass Draco ihr bei jedem Streit verbot, Scorpius zu sehen, obwohl Hermine sich schon komplett auf das Muttersein eingestellt hatte. Außerdem erzählte sie, wie sehr es Gormauplatz eskaliert war und dass sie verschwand, weswegen Draco so wütend war, jedoch ließ er sie nicht erklären und schaltete komplett auf Spur. Dass er ständig ungerecht zu ihren Arbeitskollegen war und es dem Arbeitsklima schaden könnte, erzählte Hermine ebenfalls. Auch dass Zack auf Männerstand und Draco nichts zu befürchten hätte und selbst wenn Zack nicht auf Männerstand der Hermine sich etwas mehr Vertrauen erauft hätte. Draco war ihre erste richtige Beziehung bisher und sie wäre diese nicht eingegangen, wenn sie Draco nicht so lieben würde. Schlussendlich erzählte sie Narcissa unter Tränen, dass sie schwanger sei und dass ihr Leid tue, dass Narcissa es so erfahren musste und es absolut nicht geplant war. Darüber hinaus sei sie durch den Wind, da sie erst heute von dem Kind erfahren hatte. Zum Beweis zeigte Hermine ihren Mutterpass vor und erzählte Narcissa, dass sie die erste Person ist, der sie es anvertraut hatte. Als Hermine nach zwei Tassen Tee nun endlich fertig war und Narcissa ihre ganze Seele offenbart hatte, musste sie feststellen, dass auch Narcissa einige Tränen verdrückt hatte. Hermine wischte sich mit der durchnässten Serviette die Tränen von inzwischen geröteten Augen. Falls ihre Familie das Kind nicht möchte, werde ich dafür eine Lösung finden. Ich werde nichts ohne ihr Einverständnis machen. Sie müssen sich um nichts kümmern, flüsterte Hermine schluchzend und Narcissa nahm den Lockenkopf innig in den Arm. Reden sie keinen Unsinn. Ich sagte ihnen bereits, sie gehören nun zur Familie und daran ändert sich nichts, gar nichts. Dafür stehe ich persönlich ein. Narcissa legte mit Tränen in den Augen ihre Hände auf Hermines Wangen und hob mütterlich ihren Kopf zu sich. Ich bin froh, dass sie zu mir gekommen sind. Das war das einzig Richtige. Sie haben heute sehr viel Courage bewiesen, Hermine, aber von ihnen hätte ich es auch nicht anders erwartet. Wir bekommen das alles hin. Narcissa umarmte Hermine erneut. Die Brünette konnte sich nicht daran erinnern, sich die letzte Zeit so erleichtert gefühlt zu haben. Es war wirklich die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Meinem Sohn werde ich die Leviten lesen. Darauf können sie sich verlassen, wisperte Narcissa zornig. Moment. 18.45 Uhr Draco raste auf dem Besen in der Luft vor seinem Haus. Mit einer ungeahnten Aggressivität feuerte er den Quafel zum Tor, vor dem Blaze schwebte. Dieser flog hektisch, um sich selbst vor dem Schlag zu schützen, zur Seite und Draco erzielte ein Tor. Blaze stattte seinen Freund fassungslos an. Alter, willst du mich erschlagen? Mach mal ruhig, Junge. Los, weiter, brüllte Draco und flog in Höchstgeschwindigkeit auf dem Boden zu, um den Quafel zu holen, als er dort unerwartet seine Mutter auf dem Gras stehen sah. Draco wandte sich zu Blaze um, machte Handzeichen und brüllte Ey, kurze Pause. Auf dem Boden angelangt, schnappte er sich das Handtuch, was er bereitgestellt hatte und fuhr sich durch sein verschwitztes Gesicht, während er auf seine Mutter zulief. Was machst du um diese Uhrzeit hier? fragte Draco und küsste seine Mutter auf die Wange, die ihn jedoch nur wütend anfunkelte. Blaze hielt ebenfalls außer Atem vor den beiden und stieg vom Besen ab. Der Dunkelhäutige räusperte sich grinsend und zeigte mit dem Finger hinter sich. Äh, guten Abend, Miss Malfoy. Dray, ich mach mich vom Acker, ja? Wir sehen uns dann. Draco wandte sich zu Blaze um. Warte doch einfach kurz. Sie bleibt bestimmt nicht lange. Narcissa wandte sich lächelnd zu Blaze um. Mr. Sabini, Sie können ruhig bei diesem Gespräch dabei sein. Anschließend schaute Narcissa Draco an, der sich atemlos durch die Haare fuhr und ließ ihn nicht aus den Augen. Vielleicht lernen sie dann von, äh, dann von meinem Sohn, wie man Frauen nicht behandelt und sie treffen irgendwann endlich eine nette Dame. Draco scheint mir nämlich kein guter Einfluss zu sein. Draco formte eine Grimasse und gestikulierte mit seiner Hand. Was? Wovon redest du, Mutter? Narcissa schlagen sich ihre Robe enger um und setzte ein Lächeln auf. Miss Granger war vorhin bei mir und erzählte mir, wie empathielos, unmöglich und beschämend sich mein Sohn ihr gegenüber verhält. Draco starrte seine Mutter perplex an, während Blaze Kinnlade aufklappte und Schaden pro Grinsen von Draco zu seiner Mutter gaffte. Narcissa kam einige Schritte auf Draco zu. Hab ich dich so erzogen? Draco zog wütend seine Augenbraue zusammen. Ich weiß ja nicht, was sie dir erzählt hat, aber nein, jetzt hörst du mir genau zu, Draco, Lucius Malfoy. So gehst du nicht mit ihr um. Haben wir uns verstanden? Draco starrte seine Mutter noch immer mit Schievergrimasse an, während Blaze aus dem Grinsen nicht herauskam. Der Blonde schien nicht zu fassen, was sich gerade hier ereignete. Nicht einmal dein Vater hat sich jemals so gegenüber mir verhalten. Und das muss wahrlich etwas heißen. So ein Verhalten dulde ich nicht. Solltest du sie noch einmal schlecht behandeln, ihr die Türe zum Haus verwehren, sie vor ihren Kollegen blamieren und dich ihr gegenüber unmenschlich verhalten, dann verwehren wir dir die Tür zu unseren Mauern, bis du dich zusammengerissen hast. Du bist inzwischen erwachsen, hast einen Bart und möge man dich von außen anschauen, würde man glauben, vor ihnen steht ein gestandener Mann. Verhalte dich gefälligst auch so. Du bist kein Schuljunge mehr. Ich bin als deine Mutter zutiefst enttäuscht von dir. Draco setzte ein wütendes Gesicht auf. Du weißt nicht mal die halbe Wahrheit im Mund. Narzissa unterbrach ihren Sohn wütend. Draco hatte sie in all den Jahren noch nie so außer sich erlebt. Er war absolut schockiert und genau das wollte Narzissa bezwecken. Doch! Ich bin froh, dass es Hermine war, die diese Anzeige gemacht hat und nicht jemand anderes. Irgendein Tierschützer hätte mit Sicherheit die nächste Zeit dieser Anzeige gemacht. Schon seit fünf Wochen wurde in der Hexenwoche diesbezüglich eine Debatte ausgelöst. Wie kommt man auch dazu, es den Betreibern überhaupt zu erlauben? Ich hätte dich nicht so naiv eingeschätzt, Draco. Absolut verantwortungslos! Draco stand das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben, während Narzissa weitersprach. Wie dem aus sei. Wir arbeiten bereits an einer Lösung. Aber reflektiere dich selber, mein Sohn. Du hast deine Frau und dein Kind verloren. Du bist gerade dabei, dasselbe erneut zu erleben und dieses Mal aus eigenem Verschulden. So eine starke, selbstbewusste Frau wie Hermine Granger findet man nicht alle Tage. Dein Vater akzeptiert, Miss Granger, was in der Vergangenheit nicht oft der Fall war. Du zerstörst dir dein eigenes Glück und jetzt will ich meinen Enkel sehen. Narzissa machte selbstbewusst kehrt und schritt auf das Haus zu. Draco sah ihr hinterher. Blaze unterdrückte ein Lachen, bis Draco ihm einen wütenden Blick schenkte. Der Blonde war auf 180. Alter Dre, woher er das nicht mehr gerade sehen müssen? Ganz klein mit Hut. Blaze formte mit zwei Fingern, wie klein Draco vor seiner Mutter stand. Draco hob mit feuerrotem Kopf seinen Besen und warf ihn gegen Blaze. Wichser! Mit diesen Worten lief Draco Richtung des Hauses, wohin Narzissa gerade verschwand. Blaze lachte nun lauter. Das geschieht dir recht, Alter. Draco wandte sich nur, äh, sich nicht mehr um. Ist noch nicht zu Ende, aber ich muss ganz kurz was trinken. Narzissa lief die Treppe hinauf zu Scorpios Zimmer. Sie eröffnete die Tür und sah den Kleinen, wie er bedrückt und lustlos puzzelte. Als er seine Oma sah, stand er auf, verschränkte seine Arme und stellte sich Richtung Wand. Hey, mein Liebling, hast du mich nicht vermisst? fragte Narzissa sanft und lief auf den Kleinen zu. Dieser schaute mit wütender Miene in die entgegengesetzte Richtung. Ich hasse Dad! Ich will nicht mehr hier sein! Ich hasse Dad! Plötzlich fing Scorpios an zu weinen, woraufhin Narzissa ihn innig drückte. Sei nicht traurig, mein Liebling. Zieh dich an, ich nehme dich mit. Scorpio schluchzte und zuckte mit den Schultern. Ich mag nicht! Ich mag alleine sein! Ich hasse alle! Ich hasse Dad am aller, allermeisten! Narzissa streichelte Scorpios sanft über den blonden Schopf. Na los, Liebling, zieh dich an! Draco trat hinter ihr zur Tür hinein. Er bleibt hier! Er hat morgen Schule und wird morgen auch dorthin gehen! Narzissa wandte sich zu Draco um und zuckte einen Finger. Du bist jetzt ganz ruhig. Los, Liebling, zieh dir was an! Scorpio schaute mit tränenreichem Gesicht auf und verspürte anscheinend eine Erleichterung, da sein Dad gerade Ärger bekam. Er hörte nun auf seine Oma und zog sich um, während Draco tief ausatmete und sich genervt gegen den Türrahmen lehnte. Was soll das alles, Mutter? fragte er und Narzissa ignorierte ihn beherzt. Stattdessen half sie Scorpios beim Umziehen. Als der Kleiner fertig war und Draco ihn dabei beobachtet hatte, liefen sowohl er als auch Narzissa stumm an ihm vorbei und die Wendeltreppe hinunter. Unten angekommen zog sich Scorpios seine Schuhe mit Klettverschluss an. Draco ging ihnen schweigend hinterher und beobachtete anschließend seinen Sohn, wie er sich die Tränen wegwischte. Derweil rückte Narzissa ihm die Kleidung zurecht, und kämmte mit den Fingern durch seine Haare. Als sie fertig waren, nahm Narzissa Scorpios an die Hand. Willst du deinen Tatschus sagen? Scorpios schüttelte seinen Kopf und senkte beleidigt den Blick. Er fing wieder an zu weinen. Narzissa fuhr ihm ganz die Oma über die Wange. Na gut, komm Liebling, wir gehen jetzt was Leckeres mit Hermine zu Abend essen, sagte Narzissa und Scorpios sah mit großen Augen auf. Wir? Wir gehen zu Hermine? Omi? Narzissa stupste Scorpios Nase mit ihrer an und lächelte. Ja, sie wartet schon auf dich. Scorpios sprang auf Narzissa zu und umarmte sie. Die kleinen Tränchen flossen wieder und Narzissas Augen füllten sich mit Freudentränen. Scorpios fing unter Tränen an zu kichern und zerrte an Narzissas Arm. Komm Omi, Hermine wartet doch schon! Ihr habt ganz, ganz tolle Hunger! Draco hatte sich nicht vom Fleck bewegt. Narzissa wandte sich ein letztes Mal zu ihm um. Ich hätte dich ja eingeladen, Liebling, aber solange du auf deinem Ego-Trip bist, bist du offiziell ausgeladen. Der Blonde atmete aus und schaute mit beleidigtem Blick weg. Narzissa lief mit einem glücklichen Kind an der Hand aus dem Haus und glaubte in dem Bruchteil einer Sekunde glasige Augen im Gesicht ihres erwachsenen Sohns gesehen zu haben. Ah ja! Ah ja! Oh, ich hab mein Shop-Feedback! Ja, ich glaub, eins können wir noch lesen. Dann würde ich, glaub ich, die Geschichte wechseln. Damit wir beim nächsten Stream dann auch nochmal was haben. Falls Mina jetzt nicht mehr weiterschreibt oder so. Ähm, vielleicht könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, was wir als nächstes lesen. Ähm, entweder aus der Community. Ähm, ja. Ähm, hab ich sonst noch irgendwas? Ich hab Solange du bei mir bist Entschuldigung, ich hab Spudelwasser gedrungen. Ähm, Solange du bei mir bist, ähm Könnten wir auch noch gleich lesen, wenn ihr Bock habt. Da haben wir richtig lange auch nichts mehr von gehört. Was meint ihr? Also nach dem Kapitel können wir mal überlegen. Solange du bei mir bist, der Community. Kapitel 59 Plan B Hermine hatte einen wunderschönen Abend mit Narcissa und Scorpius verbracht. Sie hatten sich in ein italienisches Restaurant in der Mall for Wizards gesetzt und gemeinsam Pasta gegessen. Narcissa und sie hatten sehr spannende Gespräche miteinander geführt, wobei Narcissa sehr oft Hermines Einstellungen zum Leben lobte. Sie schmeichelte ihr so sehr, dass die Brunette nicht anders als strahlen konnte. Außerdem erzählte Narcissa, wie gerne sie als junges Mädchen gearbeitet hätte. Doch unter Reihenblüterfamilien war es nicht üblich und nun war es leider zu spät. Trotz allem erzählte sie stolz von ihrem qualifizierten Abschluss. Scorpius hatte sich während des Gesprächs gar nicht mehr von Hermine losreißen wollen und war den ganzen Abend fröhlich und aufgedreht. Ständig wanderte er von Hermine zu Narcissa hin und her. Irgendwann wandte sich die ältere lachend zu Hermine. Mein Enkel hat mich noch nie mit so viel Liebe überschüttet. Nach einer Stunde war Scorpius für eine Weile mit dem Kellner beschäftigt, der ihm freundlicherweise etwas zum Malen gebracht hatte und am Nebentisch mit ausgebreiteten Sachen saß, während Narcissa und Hermine den Arm mit einem Early Grey ausklingen ließen. Sie unterhielten sich so leise wie möglich über den Plan, den sie nun gemeinsam ausarbeiten wollten, um Draco vor einer Strafe zu bewahren. Narcissa beugte sich leise zu Hermine vor. Die Brünette blickte nun in zwei vertrauenswürdige große graue Augen, die noch einen Tupfer Türkis beinhalteten. Lucius ist auf einen Künstler gestoßen, der demnach der einzige in ganz Großbritannien ist, der Drachen präparieren lässt. Aber haben diese nicht einen unheimlichen Seltenheitswert? Die werden Künstler doch nicht einfach rausgeben, oder? fragte Hermine und eine Gänsehaut zog sich über ihren Arm. Natürlich, Hermine. Narcissa lächelte schelmisch und legte ihre Hand auf die Brünette. Machen Sie sich keine Sorgen. Mein Mann wird das regeln. In Hermines Augen sammelten sich Tränen. Es tut mir unendlich leid, dass Sie sich meinetwegen in Unkosten stützen müssen. Mir ist das sehr unangenehm. Ich werde das irgendwie zurückzahlen. Insgeheim fragte Hermine sich, wie viel das wäre. Wahrscheinlich war das die Summe so hoch, dass sie ihr gesamtes Gringottsvermögen dafür hinblättern musste. Und selbst das würde bei weitem nicht reichen. Ob sie nach zehn Jahren genug Gespartes auf Gringotts hätte? Vielleicht sollte sie sich nochmal informieren. Während Hermine gedanklich versuchte zu erfassen, wie hoch diese Summe war, setzte Narcissa eine verärgerte Mine auf. Reden Sie keinen Unsinn, Hermine. Ich habe Ihnen bereits gesagt, Sie gehören zur Familie. Und meinem Mann tut ihm nicht weh. Hermine schwieg für einige Sekunden und wischte sich mit einer Servierte die Tränen von den Augenwinkeln. Augeninnenwinkeln, so. Wie hat er reagiert? fragte sie und ihr Herz klopfte entsetzlich. Sie glaubte kaum, dass Lucius es okay fand, dass Hermine die Anzeige geschaltet hatte und das war noch untertrieben. Aber Narcissa lächelte nur. Ich habe ihm nichts erzählt. Das bleibt unser Geheimnis. Es gibt nur Probleme. Narcissa beugte sich geheimnisvoll zu Hermine vor. Wir wissen nicht, wie wir die Drachen bis morgen hinausschaffen. Wir können sie wohl kaum stehlen und freilassen. Wenn sie über London wüten, wird die Behörde sofort auf uns aufmerksam. Der Barbesitzer ist untergetaucht. Dieser wusste auch nicht, wie man die Käfig öffnet. Dann hat mein Mann ihn, nun ja, bedroht. Wäre noch untertrieben. Jedenfalls, mit Magie ist das unmöglich. Wie er sie da wohl reinbekommen hat? Ich gehe davon aus, dass es nicht ganz legal war. Narcissa beugte sich noch weiter zu Hermine vor. Jedoch muss es noch heute Nacht geschehen, bevor der Drachenexperte morgen die Echtheit überprüft. Hermine setzte sich aufrecht hin. Jetzt war sie dran. Es war jetzt an ihr, ihren Teil zu dem Plan beizutragen. Jetzt musste sie dieses Problem lösen. Schließlich hatte sie alle hineingeritten. Darum kümmere ich mich, Miss Malfoy. Narcissa schüttelte heftig den Kopf. Das kommt nicht in Frage, Miss Granger. Ich lasse nicht zu, dass sie sich in Gefahr begeben. Narcissa beugte sich flüsternd und eindringlich vor. Sie sind schwanger. Es klang in Hermines Ohren komisch zu hören, dass sie schwanger sei. Es war doch viel zu unwirklich. Doch sie sprach ein Machtwort und sah Narcissa aufrichtig in die Augen. Bitte, Miss Malfoy. Ich kümmere mich darum. Ich habe einen Plan. Wenn Mr. Malfoy die drapierten Drachen in die leeren Käfige hinein rapieren kann, wäre das grandios. Dann können wir gemeinsam den Zauber aussprechen und sie Feuer spallen lassen. Ich habe bereits auf Hogwarts in meinem vierten Schuljahr in der verbotenen Abteilung darüber gelesen. Narcissa wollte erneut widersprechen und normalerweise wäre Hermine eingeschüchtert, aber sie würde es nicht zulassen, dass sie ihnen noch mehr Probleme bereiten würde. Hermine legt ihre Hand beschwichtigend auf Narcissas. Ich kenne jemanden, der sich unheimlich gut mit Drachen auskennt. Ich werde nichts tun müssen. Versprochen, Miss Malfoy. Narcissa sah ihr lange in die Augen. Daraufhin flüsterte Hermine wieder eindringlich und bittend. Vertrauen Sie mir. Gegen fünf Uhr morgens können die drapierten Drachen in den Laden gebracht werden. Geben Sie mir Zeit bis fünf Uhr morgens. Narcissa hatte Hermine lange angesehen. Hermine wandte ihre Augen nicht von ihr ab. Ich schaffe das, Miss Malfoy. Schließlich stimmte Narcissa zu. Nachdem sie die Brünette ausgiebig verabschiedet hatte, brachte Narcissa Scorpius via fliegendem Taxi wieder zu Draco. Hermine war erst einmal nach Hause appariert und setzte sich für einen Moment an den Tisch in ihrem Wintergarten mit der anderen Aussicht, als sie es gewohnt war und schloss die Augen. Allerdings war nun keine Zeit zum Verzweifeln, also raffte sie sich auf, nahm Flohpulver und rief ihre erste Anlaufstelle per Kamin an. Denn jetzt wurde es Zeit für Plan B. Draco faltete gerade die Wäsche, die sich über die Tage gehäuft hatte. Normalerweise hätte er sie mit einem Zauber erledigt, aber die Zeit wollte heute einfach nicht vergehen. Er hatte sich bereits einen neuen Anwalt gesucht, der sein eigentlicher abgesprungen war, angeblich aufgrund des Demontier-Risikos in diesem Gebiet. Draco glaubte eher, dass es wegen der niedrigen Erfolgsaussicht war, also hatte Draco die Zeit genutzt und einen anderen gefunden, der bekannt für schwierige Fälle war. Für die Reise nach New York, die der Anwalt so kurzfristig mit antreten würde, verlangte er eine beachtliche Summe, doch das war es Draco wert. Zumindest fühlte er sich nun etwas besser. Als Narcissa dann endlich seinen Sohn gegen 21 Uhr nach Hause gebracht hatte, blieb Draco abwartend vor ihr stehen. Allerdings hatte sie ihm außer bis morgen, äh, nee, allerdings hatte sie ihm, äh, außer, bis morgen ist die Angelegenheit vom Tisch, nichts zu sagen. Draco schaute sich skeptisch an und hob eine Braue. Das glaube ich eher nicht. Davon mal abgesehen, habe ich bereits mit dem Besten. Narcissa unterbrach Draco mit einem süffisanten Gesichtsausdruck. Den wirst du nicht brauchen. Ich sagte bereits, dass die Angelegenheit bis morgen vom Tisch ist. Draco schnaubte und hing eine Jeans von Scorpius einen Wäscheständer. Ich glaube nicht, dass ich auf eure Unterstützung zählen kann. Draco hielt in und blickte seine Mutter mit einem gespielten Grinsen an. Konnte ich ja damals vor dem gewissen anderen Prozess auch nicht. Er formte sein Grinsen zu einem eisigen Blick. Was auch immer ihr vorhabt, Mutter, ich brauche eure Hilfe nicht. Ich helfe mir selber. Narcissa belächelte Draco nur, was ihn rasend machte. Einen schönen Abend, Sohn. Man macht hier keine Gedanken über das Gespräch, das wir beide geführt haben. Narcissa wandte sich zu Scorpius um. Ne, mach die Gedanken, nicht keine. Mach die Gedanken. Narcissa wandte sich zu Scorpius um, drückte ihm einen Kuss auf die Stirn und apparierte davon. Draco setzte sofort wieder eine freundliche Mine auf. Ach, und du? Auch mal nach Hause gekommen? fragte Scorpius ironisch. Dieser zuckte mit den Schultern. Redest du nicht mehr mit mir? fragte Draco weiter und Scorpius verschränkte die Arme. Ne? Du hast aber gerade mit mir geredet. Scorpius stampfte mit seinem Fuß auf. Dann mag ich ab, aber ab jetzt nie mehr mit dir reden. Draco stützte sich mit beiden Ellbogen am Wäschestände ab, um den kleinen mit ironischem Gesichtsausdruck anzusehen. Dann ist das ziemlich undankbar von dir. Ich mache nämlich gerade deine Wäsche. Scorpius schaute seinen Vater wütend und mit Schmollmund an. Draco konnte sich nicht mehr halten und fing an zu grinsen. Geh deine Zähne putzen. Und dein Pyjama anziehen. Du hast morgen Schule. Wie ironisch das Leben sein konnte. Er, Draco, stand kurz vor einem Prozess und könnte im schlimmsten Fall nach Azkaban kommen und er dachte daran, dass er kleine morgen zur Schule müsste. Naja, vielleicht war es morgen tatsächlich vom Tisch, wie seine Mutter es prophezeite. Ob sie recht hatte. Ob die Mittel nicht ganz legal waren? So wie er seine Eltern kannte, waren sie es definitiv nicht. Hatte Amina irgendetwas damit zu tun? Konnte sie die Anzeige so kurzfristig zurückziehen? Nun bereute Draco schon etwas nicht nachgehakt zu haben. Sein verdammter Stolz. Scorpius, der von all der Tragödie nichts ahnte, stoppte absichtlich laut und verärgert zur Wendeltreppe und lief hinauf. Eine halbe Stunde später folgte Draco ihm, um zu schauen, ob er schon schlief. Doch Scorpius lag wach im Bett und spielte nachdenklich mit seinem Minimuff. Draco lehnte sich seufzend gegen die Türrahmen und beobachtete ihn. Warum schläfst du nicht? Arnold ist bestimmt auch müde. Scorpius ließ Arnold fallen, der unaufhörlich piepte und sich danach unterm Bett versteckte. Scorpius wandte sich in die entgegengesetzte Richtung des Bettes. Draco lief zu ihm hin und setzte sich. Bist du doch sauer auf mich? fragte er auf kindlichem Niveau, woraufhin Scorpius kräftig mit dem Kopf nickte. Draco legte sich zu ihm und streichelte seine Haare. Es tut mir leid. Ich hab dich nicht mehr lieb, murmelte Scorpius beleidigt. Aber ich hab mich doch entschuldigt, rief Draco gespielt empört und Scorpius zuckte erneut mit den Schultern. Ich hab dich trotzdem nicht mehr lieb, Daddy, flüsterte Scorpius und Draco küsste ihn auf seinen Schopf. Ich hab dich aber lieb, Cowboy, mehr als alles auf der Welt. Scorpius wandte sich zu Draco um und umarmte ihn. Ich hab dich nur ein bisschen lieb. Draco schmunzelte und legte seine Arme um seinen Sohn. Daddy? Darf Hermine zurück? fragte der Kleine und schaute mit großen Augen zur Draco hinauf. Wir schauen, okay? Ich bin zur Zeit sehr wütend auf Hermine. Ich hoffe, du kannst es verstehen. Du bist ja schon ein großer Junge. Scorpius überlegte kurz. Aber Daddy? Draco streichelte Scorpius über die Wangen. Hm? Ich war auch ganz böse auf dich. Dann hast du Entschuldigung gesagt und ich bin nicht mehr böse. Ich sage Hermine, dass sie Entschuldigung sagen soll. Dann bist du nicht mehr böse. Okay, Daddy? Draco lächelte Scorpius an und küsste ihn erneut auf die Stirn. Wie sehr er dieses Kind liebte. Charakterlich kam er zweifelsfrei nach Astoria. Gute Nacht. Wir reden morgen weiter. Versprochen. Du musst früh wach sein. Scorpius schloss müde seine Augen und Draco streichelte seine Haare, bis der Kleine einschlief. Dann schlich der Blonde sich leise aus dem Zimmer raus und genehmigte sich einen Whisky auf der Terrasse. Währenddessen blickte er auf den weiten See, der schwarz wirkte. Draco stieß einen tiefen Säufzer aus. Er hatte das Gefühl, als wenn seine Gedanken ihm ständig einen Streich spielten. Er war verflucht, wütend auf sie und es war nicht die Tatsache, dass im Endeffekt sie es war, die die Anzeige gescheitert hatte. Nein. Nicht nur. Immerhin war ihm bewusst, dass sie ihre kleine, besserwisserische Nase gern in Angelegenheiten steckte, die sie nichts angingen. Hätte sie es ihm vorher erzählt, würde die Chance, dass diese Geschichte böse enden, könnte geringer sein. Und man hätte vielleicht darüber lachen können. Der Grund, weswegen Draco diese Frau einfach nicht mehr in seinem Leben haben wollte, war weitestgehend, weil sie ihn so gedemütigt hatte. Gerade vor Weasley. Wie sehr er ihn hasste. So sehr, dass es ihm schwer fiel, klar zu denken. Wenn Hass einen Tropfen wäre, wäre er Draco, der Ozean. So sehr hasste er ihn. Er konnte es nicht begreifen, wie jemand, der bereits alles im Leben hatte, sich die Dreistigkeit herausnahm, sein verfluchtes Auge auf die Frau eines anderen zu werfen. Draco erhöhte den Druck auf das Glas und beilte seine andere Faust. Vor versammelter Gryffindor-Mannschaft zu hören, dass Hermine kein Kind von ihm wolle. Woher hätte diese dämliche Frau von Weasley wissen sollen, dass Hermine eventuell ein Kind erwarten könnte? Draco konnte es einfach nicht verstehen. Was wollte sie dann von ihm? War Hermine nicht diejenige, die vor einigen Monaten auf eine feste Beziehung und eine Zukunft mit Aussicht auf Kinder bestand? Und jetzt war sie diejenige, die kein Kind wollte? Draco fühlte sich hintergangen. Jedes Mal, wenn er ihr Gesicht vor seinem inneren Auge sah, diese braunen, unschuldigen Rehaugen, das von Sommersprossen übersehte Gesicht, das er ausgiebig studiert hatte, ihre langen, welligen Haare, die ihr um ihre schmalen Schultern lagen. Er vermisste sie, ihren Duft, ihr glockenklares Lachen, ihre liebenswürdige Art und ihre gleichzeitig schnippigen Antworten, die ihn oft schwunzeln ließen. Wenn er aber gleichzeitig über diese Situation bei Potter nachtachte, überkam ihn der Hasse und die Wut auf sie und er wünschte sich, er hätte sie damals nicht an Astorias Grab nach all den Jahren getroffen. Denn dort fing alles an. Ja, nö? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Wimper die ganze Zeit weg wollen. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Mit drei Kapitel gelesen. Krass. Erdenkend habe ich auch noch Bock auf mehr, aber ich weiß halt nicht, wie Mila momentan raushaut und wir halten jetzt noch vier Kapitel. Aber wenn wir zum Beispiel das nächste Mal streamen, dann haben wir nicht mehr so viele Kapitel. Ich will hier halt ein bisschen Zeit lassen. Aber ich habe ja gerade gesehen, ihr wollt eh, wenn dann gleich auch Community, One-Shots, ich weiß nicht, wie viele da jetzt generell noch sind, ob nochmal welche eingegangen sind. Ich kriege langsam Hunger. Ich könnte nochmal Musik irgendwie einmachen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Kurzgeschichten halt, ähm... Hier habe ich welche. Ich habe hier eine. Ich weiß nicht, haben wir die mittlerweile gelesen. Ich weiß nicht, ob wir die mittlerweile gelesen haben. Ich mache jetzt nochmal die Musik aus. Das war ein richtig gutes Kapitel. Ich mache einfach Bock auf mehr. Das, äh... Ja, finde ich auch. Könnt ihr, wie gesagt, immer gerne lesen, ne? Es ist eine Germany. Es wird auf jeden Fall irgendwie klappen, dass sie wieder zusammenkommen. Okay, ich glaube, hier haben wir, glaube ich, was ist das? Eine einteilige Geschichte. Ähm... Boah, ich bin gleich voll in Leselaune, wie ihr merkt, ne? Ich würde einfach jetzt das raushauen. Ist das in Ordnung, wenn ich jetzt einfach sage, okay, hier, also so ein bisschen abarbeitend, obwohl es überhaupt nicht abarbeitend ist, einfach nur, weil ich Bock habe zu lesen, ist das in Ordnung? Oder wollen wir gerade noch ein bisschen quatschen? Ich will jetzt nicht so böse sein und einfach sagen, ja, geil, nächste Geschichte. Weil hier, die ist schon ein bisschen älter. Äh, die ist aus dem Sommer, die E-Mail. Ich wusste gar nicht, dass ich schon so lange meine neue E-Mail-Adresse habe. Die ist nämlich aus dem Juli. Ah, jetzt ist es mit LGBTQ. Ich habe halt super viele Fan-Fictions noch, ähm, die ich abarbeiten muss. Und ich habe auch Kurzgeschichten, ne? Ähm... Guck mal, ich habe die E-Mail-Eingerichtet. Krass. Ähm... Aber ich würde ganz gerne halt erstmal unten abarbeiten, anstatt jetzt die neueren. Alles klar, Gennady Art. Hab auch ein schönes Wochenende. Noch ein Kapitel? Nee, nee. Okay, einfach lesen. Okay, ähm, ich weiß nicht, ob ich es nachher auf YouTube packe, deswegen moderiere ich es trotzdem so ein bisschen an, ne? Also es heißt anmoderieren, ich fasse es eben zusammen. Die Luisa Fortmüller hat mir im Juli eine E-Mail geschrieben. Äh, zuerst anscheinend an meine falsche E-Mail-Adresse, da wäre es auch angekommen, aber es wäre mir natürlich trotzdem lieber jetzt diese neue E-Mail-Adresse, die habe ich extra dafür eingerichtet, damit mein anderes Postfach nicht so zugespernt wird, dass ich, ähm, dass sie ein kleines Fangirli ist und ein unglaubliches Vorbild bin ich für sie. Ähm, und es ist überhaupt nicht unhöflich, zu fragen, ob ich ihren One-Shot vorlesen darf. Es kommt halt nur selten vor, deswegen gibt es halt diese E-Mail-Adresse, damit ich irgendwann mir mal was rauspicken kann. Und, ähm, ja, ich habe es jetzt einfach, ich habe es jetzt selber ja noch nicht gelesen. Wir lesen sie jetzt hier im Stream und, ähm, sie heißt Luisa Paula XXD auf Webpads und ihre Geschichte ist Wizarding World of Harry Potter die wahre Geschichte. Harry Potter ist ein Fantasy-Roman von Janko Rowling, oder? Was wäre, wenn das in Wirklichkeit nur ein Vorwand ist und die Harry Potter-Saga und das gesamte magische Universum existieren? Vielleicht wollen die Zauberer und Hexen sich durch den Glauben der Muggel an die Geschichte von Janko Rowling nur schützen. Lest meine ganz persönliche Version jetzt selbst. Boah, das tun wir jetzt. Ich bin gespannt. Post den Ding jetzt mal jeweils in den Chat, falls ihr vorbeigucken wollt. Und, äh, wie immer beim Video unten in der Infobox. Wizarding World of Harry Potter die wahre Geschichte. Zaubereiministerium im Jahre 1998 Wir befinden uns im Büro des neuen Zaubereiministers Kingsley Shacklebolt, der unruhig durch den Raum läuft. In seinem Gesicht erkennt man deutlich seine Nervosität und sein Blick wandert immer wieder zu der großen Stehuhr, die neben einem der alten Bücherregale platziert ist. Gerade klopft es dreimal an der Tür und erleichtert sagt Kingsley Herein! Das goldene Trio höchstpersönlich tritt ein und die erste, die zu sprechen beginnt, ist Hermine Granger. Hallo Kingsley, du hast uns einbestellt? An sowohl ihrem als auch Shackleboltz vorherigem Thronfall erkennt man, dass etwas in der Luft liegt. Die Schlacht von Hogwarts ist gerade mal ein paar Tage vergangen und alle trauern noch um die Kriegsopfer. Somit ist die Stimmung in der gesamten Zaubererwelt ziemlich erdrückend. Doch das Anliegen von dem neuen Minister ist ein anderes. Guten Tag Hermine, Harry, Ron, begrüßt nun auch Kingsley die drei und schenkt ihnen einen Kopfnicken. Ich bin froh, euch zu sehen und es tut mir natürlich leid, dass ich euch schon so früh aus den Betten holen musste, doch mein Anliegen ist von höchster Priorität. Schon gut, worum geht's denn? meldet sich nun Ron zu Wort, der ziemlich fertig aussieht. Unter seinen Augen erkennt man dunkle Ringe und sein allgemeiner Zustand ist ziemlich schlecht. Daran schuld ist der Tod von Fred, der die gesamte Weasley-Familie trauern lässt. Shacklebolt räuspert sich vernehmlich und beginnt dann zu sprechen. Es geht um die Muggel, sie wissen über unsere Welt Bescheid, betretene Stille. Doch, nach nur wenigen Sekunden, die das goldene Trio in Schockstarre verbracht hat, platzt aus Harry ein Wie bitte was? heraus. Durch den Krieg und die verschiedenen Vorfälle in ihrer Welt haben die Muggel Wind von uns bekommen und es spricht sich bei ihnen wie ein Laubfeuer herum, antwortete der neue Minister und nun betreten. Und warum bei Merlin Spad wissen wir erst jetzt darüber Bescheid? Braust nun Hermine auf, die Kingsley genauso wie Harry und Ron entsetzt und schockiert zugleich anschaut. Dieser wiederum setzt sich erschlagen auf seinen samtigen Bürostuhl und stützt seinen Kopf auf seinen Händen ab, während er sagt, ich weiß nicht, ich hätte die Zaubererwelt viel früher in Kenntnis setzen sollen, doch ich sehe ja schon an eurer Reaktion, dass es nur Panik geben würde. Nun richtet er, nee, nun richtet er sich wieder auf und fügt hinzu, was wäre, wenn es Zauberer und Hexen geben würde, die so viel Angst haben, dass sie sich mit Muggeln bekriegen wollen. Wir haben endlich wieder Frieden und den will ich nicht riskieren. Ich will doch nur das Beste für uns alle, deshalb habe ich euch auch gerufen, denn ich weiß nicht weiter. Daraufhin schluckten alle Beteiligten den Kloß, den sie nach Kingsleys kleiner Ansprache im Hals haben, herunter und schauen betreten zu Boden. Nach kurzem Schweigen richtet sich Hermine jedoch wieder auf und sagt mit funkelnden Augen, ich hab's und dann noch einmal lauter, ich hab die Lösung. Harry und Ron lenken nun ihren Blick auf sie, äh, Lenk, doch, doch Shacklebolt sagt nur monoton, wenn du nun den Obliviate meinst, muss ich dich enttäuschen. Es wissen viel zu viele Muggel Bescheid und es wäre schier unmöglich, alle zu verzaubern. Doch Hermine schüttelte nur den Kopf und sagte, das ist mir schon klar, doch ich hab eine andere Idee. Wir können die Muggel glauben lassen, dass es unsere Welt nur in ihrer Fantasie gibt. Und wie willst du das anstellen? wir können ihr, ah nee, warte, Harry sagt das. Und wie willst du das anstellen? Wir können ihr Gedächtnis nicht verändern. Wird sie leicht rüde von Harry unterbrochen und Hermine schaut ihn wütend an. Harry Potter, lass mich gefälligst zu Ende sprechen, bevor du deine Kritik abgibst. Ich bin nicht vollkommen verblödet. Harry sieht sich nun schuldbewusst an und nun muss Kingsley doch leicht schmunzeln. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass wir den Muggeln klar machen müssen, dass sie sich alles nur einbilden. Wir können zum Beispiel ein Buch über Magie schreiben. Langsam aber sicher nickte Kingsley zustimmend mit dem Kopf und ergänzt dann, du meinst also, wir bestätigen alles, was sie bisher wissen, doch lassen wir es wie eine Art Märchen wirken? Hermine nickte nun und langsam gab sicher, aber sicher fertigten sie einen Plan an. Nach einiger Zeit fragte Harry, aber wir wissen ja nicht, worüber die Muggel in Kenntnis gesetzt sind und worüber nicht und woher sollen eigentlich diese ganzen Geschichten kommen? Die besten Lügen sind die, die die Realität am ähnlichsten sind. Wir können ja einfach die Wahrheit schreiben, nur mit dem Unterschied, dass die Muggel es für eine erfundene Geschichte halten, antwortete nun überraschenderweise Ron und Hermine lachte nun herzlich. Mit Lügen kennst du dich ja schließlich aus. Doch noch eine Sache bleibt offen, beteiligt sich nun der Minister wieder im Gespräch. Wer soll diesen Roman schreiben und veröffentlichen? Hermine überlegte kurz und sagte dann, ich habe eine Freundin, sie ist ein Squibb und neben dem Beruf her auch noch Autorin. Sie lebt in der Muggelwelt und mit etwas Unterstützung könnte sie doch den Roman schreiben. Ich könnte ihr jetzt gleich eine Oldenpost schicken. Nun, fast vollends erleichtert, stellte Shacklebolt seine letzte Frage. Und wer ist deine Squibb-Freundin? Sie heißt John K. Rowling und ich bin mir sicher, sie wird uns helfen können, die Wahrheit zu vertuschen. Und genau so kam es. Nach nur wenigen Tagen war alles weitere geregelt und besagt, und besagte Schriftstellerin hatte sich zum Büro des Zaubereiministers begeben. Dort wurden alle weiteren Verstrickungen besprochen und die ersten Würfe für die geplante Bücherreihe gemacht. Jedes einzelne Teil sollte perfekt sein und der Realität so nah wie möglich kommen. Zwar wurden die meisten Gespräche nur ungefähr nacherzählt, da die Beteiligten vereinzelt schon verstorben waren oder sich schlicht und einfach nicht mehr genau daran erinnern konnten, doch im Großen und Ganzen wurde eine wahre Geschichte nie mehr beschrieben. Nachdem Kingslay das goldene Trio und natürlich Janko Rowling Tage und Nächte damit verbracht hatten, den ersten Band von Harry Potter fertigzustellen, konnte es dann auch endlich in die Offensive gehen. Der Roman wurde veröffentlicht und mit etwas magischer Unterstützung und einigen Tricks auch schnell berühmt. Die überwiegenden Londoner Muggelzeitungen wurden verändert und nach nur wenigen Tagen dachte jeder Muggel, dass er die Zauberei durch den Harry Potter Roman kennengelernt und sich alles Weitere nur eingebildet hat. Damit es nicht merkwürdig auf die Muggel wirkte, dass der Roman in nur wenigen Tagen berühmt wurde, verfälschten unsere Protagonisten das Erscheinungsdatum und taten so, als gäbe es den Roman schon seit Juni 1997. Somit schloss sich also der Kreis und der Plan war dementsprechend ein voller Erfolg, doch durch den schnellen Ruhm wurden auch immer mehr Fragen von Muggelreportern gestellt. Unter anderem wollten die Muggel mehr von der magischen Welt wissen und unser Quintett entschloss sich dazu, die weiteren Erlebnisse ebenfalls als Roman zu veröffentlichen. Insofern entstanden noch sechs weitere Bücher, die über das Leben von Harry Potter berichteten. Die Zeit verging also und alle Zauberer und Hexen lebten in Frieden weiter. J.K. Rowling selbst wurde zwar unter den Muggeln weltberühmt und galt auch in der Zaubererwelt als äußerst angesehen, doch trotzdem konnte sie weiterhin ein schönes, entspanntes Leben führen. Es sah alles so ähnlich aus wie damals, als Newt Scamander es schaffte, das Gedächtnis von etlichen Muggeln mithilfe von Frank zu manipulieren. Nur diesmal war es eben anders. Abschließend kann man also sagen, alles war gut. Es ist zwar wichtig, die Realität von Märchen unterscheiden zu können, doch manchmal da sind Märchen einfach eine bessere Alternative als die Realität. Und? Wie fandet ihr es so? Fand ich schön. Ich dachte, ich hätte gehofft, dass sie ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Aber fand ich auch trotzdem so voll in Ordnung. hat mir gefallen. Könnte man lesen. Wo kann man denn gucken, ob Geschichten ah, laufend, okay. Hier ist eine Drummini One-Shot von mir. Wollen wir den auch mal lesen? Ich weiß nicht, wie gut der ist. Ja, also die Idee fand ich auch ganz gut. Fragt man sich ja immer so. Aber ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr Ausführungen gewünscht noch. Sie hat hier einen Drummini One-Shot und sie meinte, es wäre voll in Ordnung, wenn wir ihre One-Shots lesen. Was meint er? Sie hat noch eine Drummini. Das sind zwei Drumminis. Also ihr könnt euch entweder Huch! Li! Danke für deinen dritten Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Okay, also, ähm, ich habe hier zwei Stück. Wir können ja mal kurz die Kurzbeschreibung lesen und dann könnt ihr euch dafür entscheiden, was wir davon lesen werden. Was meint ihr? Also einmal haben wir Miss Granger, sind sie wach? Hörte sie die gedämpfte Stimme eines Heilers. Hermine ist aus ihrem Koma erwacht. Eigentlich klingt zu einer Neuigkeit ja wunderbar, aber das Schicksal will mal wieder nicht ganz mitspielen. Hermine lebt zwar und sie scheint körperlich auch komplett gesund zu sein, doch da ist eine Sache, die ganz und gar nicht in ihr Leben passt. Denn das, was sie erzählt bekommt, kann eigentlich gar nicht stimmen. Oder doch? Sie soll mit Draco Malfoy zusammen sein. Sie soll mit dem Eisprinzen höchstpersönlich eine Beziehung führen. Und das Schlimmste, sie kann sich keineswegs an nur eine einzige positive Bindung zu ihm erinnern. Hermine fühlt sich wie im falschen Muggelfilm. Also einmal, das war vergessen. Also entweder das oder der Lichtblick. Und auf einmal ist alles schwarz. Hermine versucht sich zu erinnern, wie genau sie in diese Situation geraten ist. Eigentlich hat sie alles vergessen. Schon wieder? Woran sie sich nämlich nicht erinnert, nur vor wenigen Minuten ist ein Teil der morschen Tribüne des Quidditchfeldes abgebrochen und sie ist in die Tiefe gestürzt. Dabei wollte sie nur wie alle anderen das Quidditchspiel sehen und sich ein wenig von den düsteren Gedanken ablenken, die seit dem Ende des Krieges verfolgen. Wie sie seit dem Ende, ne? Hermine wiederholte nämlich das siebte Schuljahr wie fast alle ihre Mitschüler und selbst der Eisprinz Draco Malfoy kehrt nach dem Krieg zurück zu Hermines Glück. So, du müsst jetzt entscheiden, entweder Lichtblick oder vergessen. Okay, die meisten sind für eins. Oh, jetzt seid ihr gleich. Haha, wir sollen beides lesen. Ich weiß nicht, wie lang die sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Steht jetzt 9 zu 10 für Lichtblick. Okay. Dann machen wir zuerst Lichtblick. Ihr seid ein paar Nasen. Ja, nie wieder in Lörn. Tschüss. Ja, vielleicht lesen wir auch einfach beides. Mal gucken. Ist das lang? Ich glaube, die sind nicht so lang. Gucken wir mal. Der Lichtblick. Ein One-Shot, ein Dramini-One-Shot von Luisa Paula XXD. Jubelnde, schreiende und kreischende Schüler, wohin man auch blickte. Das gesamte Quidditch-Feld tobte und jeder Einzelne war gespannt darauf zu sehen, wie das Spiel enden würde. Gryffindor gegen Slytherin, Slytherin gegen Gryffindor. Und nur ein Haus konnte gewinnen. Bei diesen Spielen war es egal, in welchem Hogwarts-Haus man war. Es war egal, ob seine eigene Hausmannschaft spielte oder nicht. Jeder wollte sehen, ob der berühmte, berüchtigte Harry Potter es wieder schaffen würde, den Schnatz zu finden. Jeder wollte wissen, ob der Bezwinger von Voldemort es erneut schaffen würde, den goldenen Schnatz mit einem beeindruckenden Manöver vom Himmel zu holen und seiner Mannschaft somit zum Sieg verhelfen würde. Einfach jeder wollte wissen, ob er seinen verhassten Mitschüler Draco Malfoy besiegen würde. Und nun war es soweit. Die Spieler stiegen auf ihren Besen und flogen in die Arena. Alle Spieler flogen auf ihre Position und um sie herum wurde das Gejubel nun noch lauter. Harry Potter höchstpersönlich sah dem ihm gegenüber fliegenden Draco Malfoy in die Augen. Harry hasste Draco und Draco hasste Harry. Doch seit die beiden ihr siebte Schuljahr aufgrund des Krieges wiederholt haben, war es zwischen den beiden ruhig geworden. Es war wie eine stille Abmachung zwischen den beiden, dass sie sich in Ruhe ließen. Für alle anderen würden sie zwar immer so ziemlich die zerschrittensten und verhasstesten Feinde bleiben, die es in ganz Hogwarts je gegeben hatte, doch in Wirklichkeit herrschte eine Art Waffenstillstand zwischen den beiden. Die beiden würden bei Merlin niemals Freunde werden. Doch in Anbetracht ihrer vorherigen Beziehung zueinander war ein Waffenstillstand ein deutlicher Fortschritt. Aber schließlich hatten sie sich beide ja auch gegenseitig den Arsch gerettet. Draco hätte das goldene Trio um Malfoy Mana verraten können und Harry hätte ihn im Raum der Wünsche verbrennen lassen können. Doch beide taten es nicht. Somit hatten sich beide das Leben gerettet und dementsprechend waren die zwei nicht erpicht darauf, einen erneuten Streit anzufangen. Nun war es kurz vor Spielbeginn und die beiden hielten kurzen Blickkontakt. Es war zwar nur eine kleine Geste, doch Draco nickte Harry zu und wünschte ihm viel Glück. Harry tat es ihm gleich und schon kurz darauf ertönte der Anpfiff und das Spiel begann. Sobald der Schnatz freigelassen wurde, erklang wieder das Geschrei der Hogwarts-Schüler. Die Tribüne war mehr als erfüllt, sodass in jedem der Abschnitte ein Gedränge herrschte. Luna Lovegood kommentierte das gesamte Spiel mit ihrer verträumten Stimme, doch jeder wusste, dass Luna nicht ganz unparteiisch war und insgeheim immer auf der Seite des Gryffindors stand, wenn nicht gerade ihr eigenes Haus spielte. Gerade erklang ihre einzigartige Stimme, die verkündete, dass ein Treiber aus Slytherin einen Jäger aus Gryffindor mit einem Klatscher getroffen hatte und dieser in die Tiefe gestürzt ist. Durch das Publikum ging daraufhin ein Raunen, doch dem getroffenen Spieler schien nichts Ernstes zugestoßen zu sein, denn er rappelte sich schnell wieder auf. Doch dabei blieb es nicht. Das Spiel ging spannend weiter, da es der Jäger aus Slytherin geschafft hatte, den Quarfel durch den obersten Ring der Gryffindors zu werfen. Harry selbst entfuhr folglich ein unschönes Fluchen, denn Waffenstillstand hin oder her, er wollte gewinnen. Anschließend wurden noch viele weitere Punkte für beide Mannschaften gesammelt und es herrschte Gleichstand zwischen Slytherin und Gryffindor. Gerade machte Luna die nächste Ansage, da entdeckte Harry etwas Goldenes, Funkelndes. Die Sonne hatte soeben den Schnatz preisgegeben, indem sie auf den kleinen Ball gestrahlt hatte und die Reflexion direkt in Harrys Gesicht geschienen ist. Sofort flog er auf die kleine goldene Kugel zu, doch da wurde er von einem weiteren Ball abgelenkt. Ein Treiber aus Slytherin hatte anscheinend gesehen, was Harry versuchte und schlug darauf in einen Klatscher in dessen Richtung. Harry konnte jedoch ausweichen und fuhr seinen Weg fort. Lunas Stimme ertönte erneut, denn ein Treiber der Gryffindors hatte es geschafft, den Hüter von Slytherin mit einem Klatscher zu treffen. Vielen Slytherins entfuhr ein frustrierter Seufzer und alle schauten gebannt auf den soeben vom Besen stürzenden Hüter. Diesem schien jedoch ebenfalls nichts Ernstes widerfahren zu sein und die meisten atmeten erleichtert auf. Draco, der kurz durch seinen zum Glück nur leicht verletzten Mitspieler abgelenkt war, fokussierte nun Harry und Draco erkannte sofort hinter, äh, was dieser her war. Er wollte sich zwar mit dem goldenen Trio versöhnen, doch bei Quidditch zeigte er keine Gnade. Er schoss also mit seinem Besen in Richtung Harry, welcher wieder rumvergebens versuchte, den Schnatz zu fangen. Kurz spähte Draco zur Seite, ohne jedoch den Schnatz aus den Augen zu verlieren, da er und Harry gerade an der Gryffindor-Tribüne vorbeiflogen und er sah die Person, nach der er unbewusst Ausschau gehalten hatte, Hermine Granger. Er wusste selbst nicht warum, jedoch mochte er die mutige Gryffindor von Tag zu Tag mehr. Eigentlich begann das alles kurz nach dem Krieg, da sie die einzige gewesen war, die ihm sofort alles verzogen hat. Und dies tat sie, obwohl sie die letzte Person gewesen wäre, bei der er es vermutet hätte. Schließlich hatte er sie jahrelang erniedrigt und sie würde vor seinen Augen gefoltert. Doch als er ihr das gesagt hatte, entgegnete sie ihm nur, dass er dies alles eigentlich nicht gewollt hatte und jeder eine zweite Chance verdient hatte. Das stimmte zwar, er hat es im Grunde wirklich nicht gewollt, aber trotzdem wäre es nicht selbstverständlich, dass sie ihm ohne weiteres einfach so verzog. Die darauf folgenden Wochen wechselten sie dann ab und zu ein Wort und manchmal kam es sogar zustande, dass die beiden zusammen lachten, was vorher undenkbar gewesen wäre. Wenn Draco daran zurückdachte, pochte sein Herz wie wild in seiner Brust, doch er musste jetzt wieder zurück in die Realität kommen. Er flog nun also neben Harry her, beide kurz davor den Schnatz zu erreichen und somit 150 Punkte zu bekommen, aber trotzdem konnte der junge Malfoy sich nicht richtig konzentrieren, blickte zur Seite und machte aus den Augenwinkeln die junge Hexe ausfindig. Draco konnte einfach nicht anders, als sie in jeder Situation, die es zuließ, zu beobachten. Und plötzlich passierte etwas, was keiner je vermutet hätte. Er sah, wie das morsche Holz der oberen Tribüne, auf der sich Hermine befand, brach und die geschockte Gryffindor, die direkt am Geländer stand, nach vorne kippte. Ihr entfuhr ein Aufschrei und alle um sie herum versuchten, sie irgendwie vor dem bevorstehenden Sturz zu bewahren, doch vergeblich. Sie versuchte zwar, ihren Zauberstab zu zücken, doch ihre Bemühungen waren umsonst. Hermine schaffte es nicht rechtzeitig. Die brünette Hexe fiel von der riesigen Tribüne, als Draco dies sah, zögerte er keine Sekunde und wandte sich vom Schnatz ab. Er flog im Sturzflug auf die junge Gryffindor zu und versuchte, sie vor dem bevorstehenden Aufprall zu retten. Er schaffte es, eine Hand unter ihr Knie zu befördern und versuchte mit der anderen ihren Rücken zu stützen und gleichzeitig den Besen nach oben zu reißen. Doch trotz seinen Bemühungen war es schier unmöglich, beides zu bewältigen. Sein Besen hatte zwar nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit, doch prallte er trotzdem heftig auf dem Boden auf. Hermine kniff die Augen zusammen und ihr Kopf knallte hart auf dem Boden. Draco, der versuchte sie davor zu bewahren, versagte jedoch und schaffte es gerade noch, sich abzurollen und nur auf seinem Arm zu landen. Er hatte schlimmere Verletzungen und vielleicht sogar den Tod von Hermine verhindern können, doch trotzdem ist er gescheitert. Vor ihm lag jetzt eine hoffentlich nur ohnmächtige Hexe, denn wenn sie den Sturz nicht überlebt gehabt hätte, würde er sich das nie verzeihen. Er hatte sie zwar gerettet, doch trotzdem so kläglich versagt. Warum konnte er nicht einmal Glück haben? Er wusste nicht wieso, jedoch fühlte er sich verantwortlich für die junge Hexe, denn als er auf sie herabschaute, verspürte er so viel Schmerz wie noch nie zuvor. Nach nur wenigen Sekunden stürmten einzelne Schüler und Lehrer auf ihn zu, doch seiner volle Aufmerksamkeit galt der Gryffindor vor sich. Draco beugte sich über sie und versuchte sie aufzuwecken, doch seine Bemühungen waren umsonst. Hermine rührte sich nicht. Er wollte weiterhin versuchen, der jungen Hexe zu helfen, jedoch wurde er von der neuen Schulleiterin von Hogwarts an der Schulter gepackt und weggezogen. McGonagall wurde nach Snapes Tod die Schulleiterin und kümmerte sich ebenfalls um den Neuaufbau von Hogwarts. Die schon etwas ältere Hexe schaute Draco nun besorgt ins Gesicht und vergewisserte sich, dass es ihm gut ging. In der Zwischenzeit war Madame Pomfrey bei Hermine angekommen und wirkte etliche Heilzauber auf sie. Draco wollte sich wieder zu Hermine wenden, aber McGonagall ließ dies nicht zu. Kurz war Draco verwirrt über die Tatsache, dass Hermine offensichtlich nur helfen wollte, doch der erklärte die Hauslehrerin der Gryffindors sich schon. McGonagall meinte, Hermine sei bei Madame Pomfrey in den besten Händen und Draco selbst solle sich lieber schonen. Nun bemerkte auch Draco, dass sein rechter Unterarm, mit dem er sich aufgefangen und abgerollt hatte, leicht aufgeschürft war und blutete. Er hatte die Schmerzen komplett verdrängt, der er voll und ganz auf Hermine fokussiert war. Ihm fiel auch erst jetzt auf, dass einfach jeder auf der Tribüne beunruhigt auf das Szenario herabblickte und es ziemlich still geworden war. Aber verständlich, ein Teil des goldenen Trios war gerade meterweit in die Tiefe gestürzt und lag nun höchst wahrscheinlich ohnmächtig auf dem Boden. Dass irgendwer wegen ihm beunruhigt war, war mehr als unwahrscheinlich, doch der Malfoy Spross irrte sich. Blaise Sabine auf ihn zu. Blaise war einer der besten und auch einzigen richtigen Freunde von Draco und er sah mehr als besorgt aus. Gerade saß Blaise nämlich ebenfalls noch auf seinem Besen und nahm die Position des Jägers aus Slytherin ein. Doch als er sah, wie Draco und Hermine auf dem Boden stürzten, landete er schnurstracks auf dem Feld und rannte auf seinen besten Freund erfreut darüber, dass Blaise nun hier war. Doch seine Sorgen um Hermine waren einfach zu groß, dass er sie hätte ignorieren können. Das einzige, woran er noch denken konnte, war eine Frage. Lebte sie noch? Kurz wandte der sogenannte Eisprinz seinen Blick zurück auf seinen besten Freund und sah, wie dieser zu sprechen ansetzte. Doch bevor Blaise irgendetwas hätte sagen können, stand Madame Pomfrey auf und sagte laut sie lebt. Ein Stein fiel Draco vom Herzen, doch das Glück, was ihn gerade zu überströmen schien, hielt nicht lange an. Madame Pomfrey wandte sich nämlich nun zu Professor McGonagall um und hatte einen bestürzten Ausdruck im Gesicht. Und als Draco den Grund für die Mimik der Krankenschwester erfuhr, begann sich die Welt um ihn herum immer langsamer Was soll man nun sagen? Es sind drei Jahre vergangen und er kniet nun vor ihr. Aber zurück zu der Stelle, an der er Tag für Tag zu Hermines Krankenbett gelaufen ist, sie beobachtet hat und dann wieder gegangen ist. Sein Arm konnte mit nur wenigen Zaubern geheilt werden, doch eine Hexe einfach so aus dem Koma zu befördern war selbst mit Magie schier unmöglich. Für Draco stand jedoch nun endgültig fest. Er mochte die junge Gryffindor mehr als das und jetzt zu sehen, wie sie Tag ein, Tag aus auf dem Krankenbett lag, wie er atemflacher wurde und wie alle um sie herum besorgter wurden, war einfach unerträglich für ihn. Selbst den Streit mit Weasley hatte er beendet, während die beiden neben Hermines Bett saßen und hofften, dass die junge Hexe sich wieder regte. Es war merkwürdig, doch Draco kam ziemlich gut mit Hermines Freunden klar. Natürlich lag das an den dementsprechenden Umständen, jedoch hätte Draco niemals zu träumen gewagt, einmal eine normale Unterhaltung mit Harry, Ron oder auch Ginny zu führen. Doch so gut diese Tatsache auch war, Hermine half es letzten Endes nicht. Und egal, wie sehr Draco auch versuchte, normal weiterzuleben, es ging einfach nicht. Jeden Tag musste er dasselbe Programm abarbeiten, aufstehen, frühstücken, den Unterricht besuchen, lernen, Hausaufgaben machen und zu Hermine gehen. Für ihn war sein Leben nichts weiter als grau. Und für sie war alles schwarz. Hermine war umhüllt von Dunkelheit. Sie wusste nicht, wo sie war, wer sie war und warum sie hier war. Ihr blieben nichts außer ihre Instinkte. Ihr blieb weder ihr Verstand noch sonst irgendetwas. Sie saß fest in endloser Schwärz und wusste nicht, was sie tun sollte. Entkommen? Aber wohin und warum eigentlich? Warum weg? Und somit blieb sie. Doch etwas änderte sich. Nach und nach kam etwas auf sie zu. Doch woher hatte Hermine denn auch wissen sollen, dass es Geräusche waren? Zunächst waren die Geräusche auch nur undeutlich und schemenhaft zu verstehen. Doch mit der Zeit änderte sich diese Tatsache. Hermine begann etwas zu hören und nicht nur irgendetwas. Es waren Stimmen. Du schaffst das, Mina. Bitte wach auf. Ich vermisse dich. War Mina etwa ihr Name? Wir waren diese Stimmen. Warum sollte sie aufwachen? Hermine wusste dies alles nicht. Doch eine Stimme veränderte alles. Hermine, ich hab's dir nie gesagt, aber du bedeutest mir unglaublich viel. du bist stark. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Bitte komm zurück. Dann werde ich das tun, was ich schon lange hätte tun sollen. Sie wusste nicht warum. Jedoch baute diese Stimme sie mehr auf als alle anderen. Jemand glaubte an sie. Jemand war sich sicher, dass sie es schaffen würde. Doch noch immer wusste sie nicht, was genau sie schaffen sollte. Allerdings änderte sich ihre Lage mit der Zeit erneut. Irgendwann spürte Hermine etwas. Sie spürte ihren Körper. Als dies passierte, veränderte sich wirklich alles für sie. Auf einmal war dort eine Art Lichtstrahl in der Dunkelheit. Es war fast schon wie ein Lichtblick, der ihr aus der tiefen Schmerze verhelfen wollte. Hermine wusste zwar nicht, wohin sie dieser Lichtstrahl führen würde, doch ihm zu folgen war Gold wert für ihr weiteres Leben. Die Willenskraft ihm zu folgen verdankte sie nämlich der Person, der die ganze Zeit Mut zusprach. Ohne diese Person hätte sie die ganze Zielstrebigkeit und das gesamte Stehvermögen niemals gehabt. Der Grund, warum sie nicht aufgab, der Grund, warum sie ihr gesamt noch vorhandene Kraft verbrauchte, um den Lichtstrahl zu folgen, war er. Sie hörte auf die Worte, die er sprach und kam ihrem Ziel immer näher. Du schaffst es. Du wirst es schaffen. Und sie schaffte es. Sie erwachte nach drei Wochen aus ihrem Koma. Was soll ich jetzt noch ergänzen? Der Mann, der sie zuerst vor dem Tod gerettet hatte und ihr daraufhin aus dem Koma verholfen hatte, kniete vor ihr. Es war viel zu kitschig, um wahr zu sein. Gerade flog er noch zusammen mit ihr durch den Sonnenuntergang und setzte sie auf der wahrscheinlich schönsten Wiese ab, die sie je gesehen hatte und nun schaute er zu ihr an, mal lachten sie und mal waren sie einfach nur ein verliebtes Pärchen. Hermine hätte misstrauisch werden müssen, als er ihr sagte, er wollte mit ihr einen Besenritt machen. Er wollte mit ihr auf seinem Besen, dem Ausleser für eigentlich alles, einen Flug durch den Sonnenuntergang machen, doch sie dachte sich nichts dabei. Es war schon romantisch genug gewesen, als sie ihre Arme um seine den Anlass. Jetzt wusste sie, dass sie nicht ohne Grund auf seinem alten Feuerblitz geflogen sind, sondern er mit ihr eine Reise an den Anfang machen wollte. An den Anfang, an dem alles begann. An den Anfang, als er sie mit diesem Besen gerettet hatte. Hermina war mehr als gerührt über die Idee von ihrem Freund und nun schaute sie gebannt und mit Tränen in den Augen auf ihn herab. Auf ihn, den Eisprinzen, ihren Retter, der Mann, der ihr alles bedeutete. Er kniete also jetzt vor ihr, er war umringt von Blumen und hinter ihm war der wundervolle Sonnenuntergang und es sah fast so aus, als wäre er wirklich eine Art Lichtblick. Die untergehende Sonne war direkt hinter ihm platziert und beinahe hätte man denken können, das Schicksal zeige ihr noch einmal, dass er es war, der ihr ein und alles sein sollte. Und nun ja, Hermine nahm den Antrag von Draco an und es war die richtige Entscheidung, die beider leben mit der schönsten Magie erfüllen sollte, die es gibt. Liebe. Nein, nein, sehr, sehr süß. Sehr süß, sehr schön. Es könnte so der Anfang und das Ende von im Koma sein, oder? Die ich schon mal vorgelesen hatte. Von der Corinna. Von der Vanessa, nicht von der Corinna. Von der Vanessa, also Corona heißt sie. Die war echt süß. Und sie war auch so ein bisschen spannend am Anfang geschrieben wegen Quidditch und so. Richtig gut geschrieben, finde ich auch. Aber Leute, ich glaube, den anderen One-Shot lesen wir jetzt heute nicht mehr. Kann ich mir aber gerne merken oder wir merken uns generell für nächstes Mal. Leserliste. Oder warte mal, Streaming Liste. Machen wir das so? Weil, ich habe auch gerade gemerkt, die Dingens, nee, wie lange ist die denn? Die Konzentration geht halt total weg gerade, habe ich richtig gemerkt. Nee, die dauert auch wieder viel zu lange. Leider. Aber dann können wir jetzt ein anderes Mal machen. Was meint ihr? Es gelogen bei der rein zu gucken. So, angenehmer Schreibstil. Sehr, sehr schön. Machen wir wieder Musik an. Ja, also wie gesagt, wir machen jetzt auch nicht mehr lange, wir quatschen jetzt noch ein bisschen. Uuh. Ich bin echt müde und ich überlege gerade noch, ob ich noch einkaufen gehe. Deswegen wird das eh jetzt passen, wenn ich um 23 Uhr jetzt ungefähr den Stream ausmache. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Natürlich habe ich wieder niemanden zum Raiden. Natürlich nicht. Wie immer. Ja, ja. Gute Nacht. Ja, Murmeln. Einkaufen um 35 Uhr. Ja, die haben das 24 Uhr auf. Ich kann da doch nicht dazu. Marbles aus dem Stream wird aktualisiert. Also, ihr könnt gerne noch dabei sein. Wir quatschen ja trotzdem noch ein bisschen jetzt. Und wie gesagt, wir spielen dann vielleicht so ein, zwei Marbles Runden. Also, bitte noch nicht fliehen. Wir sind doch nicht am Ende. Ey, aber heute habt ihr wieder mit Subs rausgehauen. Ey, vielen lieben Dank, auch mit den Subs Gifs und so. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Richtig krass. Danke, danke. Es war mal was anderes, die Geschichten. War schöner Stream, nachdem es jetzt leider eher selten war. Ja, wie gesagt, letzte Woche musste ich ja auch wieder arbeiten. Da sieht man ja auf Instagram immer. Ich weiß nicht, ich kann nicht versprechen, dass wir nächste Woche, ich weiß nicht momentan, was ansteht. Wir haben super, super viele Produktionen. Wie gesagt, morgen produzieren wir ja auch wieder. Deswegen muss ich morgen auch arbeiten. Zwar erst am Abend oder sowas, aber trotzdem. Ich versuche es aber immer nachzuholen. Diese Woche war einfach mit Kopfschmerzen. Ich merke gerade, ich habe kaum noch Kopfschmerzen. Richtig gut. Ja, also bis 23 Uhr kriegen wir die Zeit rum, oder? Dann habe ich auch die, ich habe das Gefühl, weil wir heute so viel gelesen haben, habe ich das Gefühl, wir haben viel länger gestreamt, aber wir sind jetzt erst drei Stunden oder so online, ne? Spiel starten. Ich muss auch noch Videos drehen. Eigentlich. Na? Bin ich angemeldet mit Reading Book Channel? Ja. Community Maps. Äh, Marbles! Bam! Du machst das richtig super. Ich finde das so schön. Ich finde die Geschichten richtig super. Ich höre dir, äh, höre dich nur. Oh, Dankeschön, Anja. Vielen lieben Dank. Was spielen wir denn? Wir spielen mal null Elimination Rate, oder? Ah, jetzt ist hier Raze. So, alle, die das noch nicht kennen, wir haben ja schon länger nicht mehr Marvels und Stream gespielt. Alle, die wollen, ihr könnt mitspielen, das ist quasi wie ein Zufallsgenerator mit Ausrufezeichen Play in den Chat. Könnt ihr mitspielen und, ähm, na? Warum sehen wir unsere Kugel nicht? Okay. Wir sehen unsere Kugel noch nicht. Vielleicht liegen die irgendwo anders. Vielleicht liegen die hier oben. Na gut, dann halt nicht. Also, mit Ausrufezeichen Play könnt ihr mitmachen. Ihr seht dann auch, ob euer Name dann da oben in der Liste dazu kommt. ist echt lange nicht mehr gespielt, ne? Shame on me. Aber da merkt ihr, dass ich richtig Bock hatte zu streamen. Dass ich jetzt mit euch Marvel spiele. Nein, nicht die Kugel massieren. Dafür brauche ich eigentlich auch noch irgendwie Kerzen Kugel massieren. Fände ich, glaube ich, komisch. Aber irgendwie so eine Postkarte. höre dir auch echt gerne zu Melina. So eine angenehme Stimme, du liest super vor. Immer wenn man in der Schule drangenommen würde, laut vorzulesen, war ich nicht diejenige, die freiwillig lesen wollte. Kenne ich genauso. Ich konnte nie in der Schule lesen, wirklich nicht. Ich kann ja jetzt auch nicht tausendmal flüssig lesen. So, schaffen wir wenigstens die 25? Dann würde sich noch einer erbarmen. Ich kann auch das Spiel eben wechseln. mit einer coole reingeschlechtsteil. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ich muss ja meinen Zeichner mal fragen. Der hat momentan natürlich auch viel zu tun, weil er mit mir auf der Arbeit ist. Einfach Ausrufezeichen play in den Chat, liebes Nebel fährt. Sollen wir doch auf dich warten? Ja, du hast es geschafft. Sehr schön. Dann starten wir doch mal. Geht das auch mit dem Handy? Du musst einfach nur Ausrufe solchen play schreiben. Dann bist du mit dabei. Los geht's Leute! Ich habe jetzt die falsche Musik an. Da seid ihr! Da sind wir alle! Wir rollen! Wir rollen! Nice! Schau da ich das an, Leute! Eigentlich müssen wir ja, oder so was Community Maps bauen. Ich glaube Novirus macht das, oder? Uiuiuiuiui! Oh, Habeka hat sich zurückgekämpft! Ne, und jetzt bleibt sie da hängen. Jules mit dabei, Novi... Oh, das wird knapp. Nein! Und das hat Novirus Habeka überholt. Und auch noch Nebelfährt ist zweiter geworden. Was macht ihr denn da? So, wenn haben wir das Letztes? Lena. Lena und Nathalie. Ah, undankbar. Und da zieht Nathalie einfach vorbei. Ah, ja, Lena, du bist leider, leider, leider letzter. See final results. So, gucken wir uns das doch mal an. Ich glaube, ich mache, wo mache ich mich jetzt am besten hin? Ich glaube, hier ist tatsächlich am besten, wenn ich mich da hin mache. Novirus ist erster, zweiter Nebelfährt, dritter Habeka, vierter Dawnsnake und fünfte Jules Bücher. So, wen haben wir denn hier noch? Platz 20 ist Amelie, Platz 10 Save in Armor und letzter ist, wie gesagt, Lena. Es tut mir leid, Lena. Lena, du hast es oft nicht, gleich, gleich. Ist es Lena, oder? Ist es Lena? Er ist gar nicht. ein bisschen mit zwei Accounts drin, Nebelfährt, bestimmt. So, sollen wir jetzt noch eine machen mit hoher Elimination Rate? Was meint ihr? Ah, die haben wir schon mal gemacht? Okay. Es gibt doch bestimmt noch mehr. More. Ich will eine krasse Elimination Rate. Da, 39. Da gibt es doch bestimmt noch mehr. Nur die Harten kommen in den Garten. Sind das für Community Freundliche? Da, die nehmen wir. 42%. Das ist aber jetzt die letzte Runde. Ich glaube, danach stecke ich euch noch wieder zu Sunia Art. Verabschiede mich dann aber sofort. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Seid wie immer lieb und nett. Ich komme auch dazu. Ich bin gerade so mummelmotiviert. Ja, diese Woche Wort gibt es jetzt. Können wir mal gucken, ob ihr doch irgendwo anders mummeln könnt. die ist auf jeden Fall was größer. Die trinkt Bier im Chat. Sie ist mir sympathisch. Da können wir nachher hinraiden. Später. Das können wir machen. Wenn die dann noch Marvel spielt, heißt das. Alter, könnt ihr mit mehreren Leuten. Das ist aber schade bei der. Da gucken 102 Leute zu, aber es sind nur 35, die daran teilnehmen. Krass. So. Start. Let's go. Let's go. Hm. Waren wir schon mal hier? Oh Gott. Oh Gott, Leute, bitte. Bitte fällt nicht alle raus. Bitte. Noviro ist schon wieder vorne mit dabei. Ich glaube, es hackt. So und jetzt? Wo kann man hier leicht rausfallen? Kann man da irgendwie geschnetzelt werden? Was ist das? Das ist aber auch richtig gemein, oder? Wenn du so voll lange mit dabei sein darfst und am Ende wirst du weggeschnetzelt. Was ist LTD? Na? Lau- Laura Mie? Wo kommt die denn jetzt alle her? Und? Wie? Was ist jetzt daran so schwer? Oder wird man hier aussortiert? Nebelfährt, Lena. wagt sich als erstes und Wie mies! Wie mies! Das ist so richtig mies! Aber ist Noviro jetzt schon im Ziel? Warum ist der da oben schon so grün? Ja. Ja, jetzt ist Noviro weg, aber ich glaube, die waren schon im Ziel. Das ist so mies! Mies! Das ist richtig mies! Die Emmy muss wieder eine Runde. Bleibst du da drin? Bleibst du da drin? Hast du Dori? Bleibst du... Ah, Auge wieder weg! Aber ihr habt kurz Hallo gesagt, das reicht, um ein Ziel zu kommen. Ich gucke da oben alleine durch die Gegend, ne? Ey, ich bin so richtig low. Was ist denn das jetzt hier? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich schildere auch mein Leben? Ja, das wird wohl nichts mehr. Was habe ich denn gemacht? Weißt du, du musst einfach hier durch. Äh, Hilfe. Okay. So. Sind wir, also... Ah, guck mal, da ist die Wand schon, da ist die Wand schon, ihr werdet jetzt alle sterben. Oder? Ist das nicht die Wand? Oh, ist auch nicht die Wand. Was ist denn die Wand? Kommt die? Hä? Was ist denn das hier? Das ist super irritiert. Ersset das Spiel auch irgendwann? Okay, ich weiß nicht, woran es jetzt lag, wenn es jetzt aufgehört hat. Aber wir haben einen Sieger. NuVirus ist schon wieder erster. Du warst doch gerade auch schon davor erster, oder? Du cheatest doch. Das kann doch nicht sein. Raus sind super viele geflogen. Ich weiß, ich habe auch nicht mitbekommen, wie NuVirus erster geworden ist. Ich habe es nicht mitbekommen. Kannst den Clip nochmal schauen, okay. Ja, zweiter Anja. Nö, gerade auch das erste Mal mitgemacht. Dritter Runa, Malfoy, vierter Emi, fünf Jules. Und dann haben wir hier unten noch Habeka. Hier alle, ja, ihr habt es geschafft, aber hier unten alle raus. Noch nicht mal irgendwie das Ziel gesehen. Vielleicht gesehen und dann weg. Aber ich habe das Ziel nie gesehen. Ja. Wenn man rausfliegt, bekommt man eine Platzierung oder so. Nee, ich glaube, du musst. Meinst du? Ach, meinst du echt? Das wäre natürlich so richtig bescheuert. Das wäre richtig bescheuert. Ja, gut. Ich würde euch aber jetzt zu Ruber Raiden, ich weiß, ich kenne diese Dame nicht, ne? Ich kenne diese Dame nicht. Sie spielt auf jeden Fall Murmeln und dann könnt ihr da noch ein bisschen mitmurmeln, ein bisschen mitheizen. Würde ich euch da jetzt hinschicken. Ich hoffe, sie ist vernünftig. Sie sieht vernünftig aus. Sieht jetzt nicht so aus, als, weiß ich nicht. ne? Ähm. Ja. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Moment noch fleißig weiter. Grüßt, liebe Jules von mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche aller spätestens. Ja. Gute Nacht, schlaf gut. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. ae? Bis zum nächsten Mal.